Okay, let's go! Erste Morgas-Runde mit Katja! Wuhu! Ich freu mich! Natürlich, natürlich, natürlich! Adios, Muchachos! Oh mein... Oh mein Gott! Ich bin mit Katja! Ey, es ist unfassbar! Danja, es ist unfassbar! Ich schwöre, bleibt doch einmal, wenn ich das wäre, wäre ich es! Och nein, och nein! Yo! Was läuft? Leute, es gibt eine Überraschung, mit der überhaupt keiner gerechnet hat! Leute, guckt mal, wer bitte da ist! Wir nehmen das erste Mal mit Katja auf! Katja, herzlich willkommen! Beide lieb! Hallo! Hallöchen, Leute! Ich hab's gerade richtig gefeiert, wie Claudio mich gerade auch gefeiert hat. Ja, natürlich! Warte, ja, super! Katja, danke, dass wir dich gar nicht feiern! Ja, Entschuldigung! Gar nicht, null! Das weiß ich nicht! Leute, ich bin... Null, keine Freude! Wir waren alle nicht enthusiastisch! Mann, nein, die waren alle extrem enthusiastisch! Und ich bin extrem mega... Richtig, richtig froh, hier zu sein! Ja, schön! Mit euch! Leute! Wirklich, mein... Es war geworden! Ja, unser Traum! Ich hab's mir so oft gewünscht, einfach hier bei euch mit Among Us zu spielen, Mensch! Sehr gut! Äh, Leute, bevor wir jetzt starten! Katja ist jetzt auch offiziell auf YouTube! Ihr Channel ist unten direkt verlinkt! Der heißt, äh, warte, Noise Aid! Noise Aid, warte! Wie war das doch mal? Äh, wir haben's hoffentlich hingeschrieben! Also, am besten abonnieren! Da kommen natürlich auch YouTube-Videos, wahrscheinlich auch gemeinsam! Aber natürlich auch alleine von Katja! Selbstverständlich, es ist ihr Channel! Und Leute, bevor jetzt, äh, also, Katja, das ist ja auch das erste YouTube-Video, was wir gemeinsam aufnehmen! Ja, oh mein Gott, stimmt! Also, das Ding ist, Karne und ich, wir kennen uns schon seit, äh, einer langen Zeit, aber wir haben noch nie ein YouTube-Channel, äh, YouTube-Channel, YouTube-Video zusammen gedreht! Das Witzigste ist, dass ich von euch allen Katja eigentlich am längsten kenne! Ja, das stimmt! Das ist echt so! Das stimmt! Ja, also, Katja war ja schon ganz lange dabei, aber halt hinter der Kamera! Aber, ja, ähm, umso mehr freut es mich, dass Katja jetzt dabei ist! Wup, wup! Äh, wir starten Among Us auf der Standard-Map, ähm, das wird eine schöne Runde! Let's go! Äh, ihr seid natürlich auch dabei! Ich bin startklar wie eine Rakete! Okay, let's go! Erste Among Us-Runde mit Katja! Wuhu! Oh, ich freu mich! Ey, es fängt schon wieder am Crewmate! Ich kann nicht mehr! Wieso? Wieso wird mir das angetan? Wieso? Ah, ich bin Crewmate! Ganz ehrlich, eigentlich wäre es lustig, wenn ich nur Katja verfolgen würde jetzt für den Anfang! Okay, gut! Ich bin Crewmate und, ähm, das ist gut! Weil, ehrlich gesagt, Leute, ich habe Among Us das letzte Mal, keine Ahnung, Mann, vor zwei Jahren gespielt! Das ist schon ein bisschen lange her! Was hab ich überhaupt für Every Task? Warte mal! Also, ich habe mir ständig die ganze Zeit Videos angeguckt von Khan und Danja, ähm, deswegen, ich mach das schon gerne! Machen wir mal einen Download! Ja, Leute, Katja ist mit dabei jetzt offiziell, also, was heißt offiziell? Also, sie hat, macht jetzt auch wieder YouTube auf ihrem Channel und ist wahrscheinlich wie Claudio auch ab und zu bei unseren Videos dabei! Und wie sonst auch, auch, also Tom, Lena, ähm, wir kennen uns alle! Ist jetzt nicht so, dass wir uns gar nicht kennen, sondern wir kennen uns alle! Das wisst ihr aber wahrscheinlich, aufgrund unserer Vergangenheit! Na? Das ist ein Team! Natürlich, natürlich, natürlich! Adios, Muchachos! Okay, vielleicht nicht, aber... Oh! Uh! Also, ich sag, wie es ist, das ist schön! Also, bei, also, zumindest, dass Danja jetzt nicht mehr dabei ist! Dass sie mir doppelt Danja ist! Katja ist safe! Katja ist auf jeden Fall kein Impostor, ich bin auch kein Impostor, wir waren die ganze Zeit zusammen! Ich wollte sie als Gag, äh, einfach hier hinterherlaufen und einfach jetzt rund zwei Leute erwischt! Das ist aber gut, Katja, wir wissen jetzt, dass wir es beide nicht sind! Ja, das stimmt! Hallo! Warum, hab ich hier mal... Hallo! Hallo! Guck mal, Katja, aber wenn Khan sowas schreibt, dann ist es meistens Khan, weil Khan möchte uns dann beide raushaben! Warte, stopp, wenn ihr beide... Also, ihr könnt euch nur... Kann euch sonst noch jemand saven? Ja, Weinrot und Grau, weil die waren jetzt auch mit uns! Ja, also, ich... Grau? Hab ich gar nicht gesehen! Also, ich dachte tatsächlich die ganze Zeit, dass ich mich so sass, ähm, genommen habe! Wie? Äh, Claudio, wie konntest du das denn sehen, obwohl die Lichter geradeaus waren? Weil ich einen kleinen Radar habe und weil er durch mich durchgelaufen ist! Ja, aber wie konntest du beide sehen? Guck mal, nein, Weinrot war vor 15 Sekunden in Navigation, dann ist er rausgelaufen! Und Grau ist gerade vor drei Sekunden zu uns reingelaufen! Ja, also, ich sag, wie es ist! Ich hab niemanden gesehen, also wir waren halt einfach nur auf der anderen Seite... Claudio, du bist mir ein bisschen zu sass! Ja, ey, guck mal, das... Ich war bei Claudio, Katja in Navigation! Warum bin ich denn? Warum bin ich direkt sass, wenn ich einen Verdacht habe? Du kannst doch auch einfach sagen, hey, Khan... Der Verdacht kann sich doch nicht bewahren! Wir spielen die erste Runde, weißt du, und ehrlich... Aber Khan, guck mal, der Verdacht kann sich doch nicht bewahrheiten, wenn Katja und... Ja, man merkt direkt, du spielst für Katja, man merkt das direkt! Katja, weißt du was, Katja, du kannst auch wieder gehen! Du kannst auch wieder gehen! Okay, das war das erste und letzte Video mit auf dem Kanal hier! Wenn ich rausbiege, behalte Khan im Auge! Vergiss meine Worte nicht! Ja, ist klar, ist klar! Was ist das passiert gerade, Mensch? Okay, nee, ich bräuchte, ich möchte kein... Ich möchte auf jeden Fall hier... Electrical, warte mal, ich bin jetzt gerade zusammen mit Hexe, Claudio? Ich hab die beiden natürlich gar nicht gesehen, aber ich wollte rein aus Prinzip einfach einen von denen voten, Claudio wie immer, aber gut, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Okay, das ist gut, weil Katja ist zu tausendprozentig safe, also zu tausendprozentig, es könnte halt orange, äh, nee, weinrot, Khan, also ich sag's euch so, wie sie ist, ich sag euch mal meine Tipps, weinrot, also es könnten eigentlich alle sein, bis auf Katja und ich und wahrscheinlich grau, warte mal, ich könnte schnell ein Double-Kill passieren, ich muss aufpassen, guck mal, orange und weinrot. Okay, ein Licht geht an, Claudio ist hier, Claudio ist aber wirklich sass, nicht sass, sondern andersrum, safe. Warte mal, was muss ich hier machen? Oh, Mensch, ja. Könnte natürlich auch wieder die Hexe sein, also die böse Hexe, ja, ich seh' dich. Ehrlich gesagt, Khan hat sich extrem komisch erhalten. Nee, also, ich hab'n Verdacht, dass es Khan ist, weil, wisst ihr, so schnell Leid ausmachen, schnell jemanden erwischt, könnte relativ, guck mal, Khan war da, böse Hexe ist da. Was ist hier los, Claudio? Banan ist unten rechts. Jetzt. Aufpassen vor den beiden. Ich muss schnell in die Camps, ich muss schnell in die Camps, ich muss schnell in die Camps, Michelle ist da. Diese Halloween-Deko, die verwirrt mich. Katja! Was machst du denn da? Oh, nein, Khan, Khan, nicht Khan, nicht Khan, nicht Khan, nicht Khan, nicht Khan. Khan, Khan. Okay, sie macht den Download, mal gucken, ob sie danach den Upload macht. Böse Hexe ist hier. Boah, ist ein bisschen sass, das Licht geht aus und jetzt auf einmal ist sie wieder unterwegs. Nein, 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 Khan, geh weg, Khan, geh weg. Nein, Khan, nein. Mano. Weiß ich jetzt nicht. Hm, okay. Sag mal, wo kam bitte? Mad Bay. Ja, dann haben wir die Person. Wer denn? Wer denn? Leonie, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, also Katja ist safe. Ja, ich bin, ja, du bist auch mittlerweile safe. Ja, danke. Ihr habt das die ganze Zeit. Leute, wisst ihr auch, wer safe ist? Dann ja. Warte mal, eigentlich, wenn jetzt Michelle gut aufgepasst hat, dann müsste es Leonie sein, weil Leonie kam genau aus der Vant-Richtung und ich hab, ja, ich hab halt bei Rektor mein Opfer. Nee, weil das Ding ist, ich hab Feinrot leider das letzte Mal einen Admin gesehen und safe halt ist dann von Admin zum Mad Bay gelaufen. Ja, also ich denke auch, weil, ähm, ich hab keinen bei Mad Bay rauskommen sehen. Entweder war die Person noch im Vant. Claudio, was sagst du? Ich weiß, nee, ich würd skippen bei sieben, also ich würd noch skippen, aber, also das macht mich irgendwie, keine Ahnung, also ich skippe jetzt, aber es ist verdächtig. Also merkt euch, das ist Leonie und Michelle, weil, Michelle schreibt, sie müssen eigentlich schreiben, wer war denn zuletzt in der Leck? Nein, das geht doch gar nicht darum. Also man muss, äh, bei der bösen Hexe müssen wir auch vorsichtig sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Du spielst ja sehr, sehr gut, du spielst sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, äh, wer du bist, aber du spielst sehr, sehr gut. Ich hab grad erst gesehen, was für ein Level ich hab, einfach Level 2. Level 2, ja. Einfach, einfach das Tutorial gemacht. Ja. Ich hab das letzte Mal vor zwei Jahren gespielt, Mensch. Boah, nee, also Leonie und Michelle machen mir irgendwie Angst beide. Khan ist sehr, sehr verdächtig, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, warum, guck mal, er wollte in der ersten Runde direkt Katja raushaben, jetzt grade wieder, so, der, 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 ich weiß nicht so. Aber wenn Katja sagt, er ist safe, dann müsste er auch eigentlich safe sein, aber ich vertraue dem ganzen Ding mir nicht. Leonie ist wieder da. Das gibt's doch nicht. Ey, wenn du jetzt wirklich Leonie ist, ne, dann ist hier aber was los. Oh, ich wusste es, ich wusste es, weil sie, weil die böse Echse ist nicht zum Licht gegangen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es! Und du? Och, ne. Wusste ich doch, wusste ich doch. Wer war das denn eigentlich jetzt? Wer war das denn? Gute sofort, sofort gesehen. Okay, gut. Ich hoffe, Michelle, bitte, mach was Gutes. Das ist jetzt schlecht. For Navigation? Hä? Ich bin doch gerade vor Navigation durchgelaufen. Ja, ich glaube, es sind Michelle und die böse Hexe. Das Ding ist, ich weiß halt, dass jemand gerade im Vent war, deswegen muss ich jetzt wissen, wo die sind, Leonie sagt Kaffee. Wisst ihr, was mir auffällt? Claudio redet zu viel, aber da kommt gar nichts bei rum. Gar nichts. Ich glaube, es ist Claudio und die Hexe. Kann's natürlich auch sein. Ich bin auch von der Cafeteria Bananesnag. Irgendjemand muss ja lügen, das kann ja nicht sein. Leonie ist ein Cafeteria, Banane ist ein Cafeteria, das kann nicht sein. Da passt irgendwas nicht, man. Wir haben so gute, wir haben so gute Zuschauer, die mitspielen. Das ist krass, 38 Sekunden. Ich muss erst in 38 Sekunden herausfinden, wer es ist. So. Also wer hat jetzt Report for Navigation? For Nav. For Navigation ist also Khan gewesen oder Katja? Ich war da. Eigentlich könnte das relativ ein Self-Report sein. Hm. Das Problem ist auch, Leonie ist auch noch drin. Ja, die Impostor haben gewonnen. Ist okay. Nein. Ich mach schnell, ich mach schnell. Versuche mich schnell rauszuporten, bitte. Nein, nein. Ja, ich hoffe, es war richtig. Ich hoffe, es war richtig. Und dann müsste Leonie die zweite Verwürfung sein. Ach ja. Nein. Claudio. Wir haben verloren. Er hat's doch vorhin schon mal. Ja. Wir haben verloren. Ich hätte doch erst auf Leonie gehen müssen. Ja. Du hast doch vorhin schon gesagt, es ist Leonie. Mir ist auch was aufgefallen. Du erzählst so viel, aber das ist immer ohne Ergebnis. Naja, doch schon eigentlich. Ja, du erzählst so um den heißen Brei herum und es kommt nichts dabei herum. Gar nichts. Ich muss sagen, Khan ist heute richtig in Stimmung. Khan will sich heute richtig fetzen. Ja, aber guck doch mal. Der erzählt die ganze Zeit. So eine B-Stimmung wirklich. Egal, was wir aufnehmen. Nein, Khan, guck mal. Khan ist heute so richtig auf Konferen. Guck mal, Khan. Willst du dich einfach prügeln gehen mit Claudio, einfach treten auf dem Spielplatz? Nein, Khan, guck mal. Ich erklär's dir mal. Guck mal, also ich mach nicht im Vergleich zu dir so Random Votes, wie in der ersten Runde beschuldige Katja, obwohl Katja und ich safe sind. In der zweiten Runde beschuldigst du dann mich, obwohl Katja und ich dir gesagt haben, dass wir safe sind. Wenn du und Katja euch auch beide raus sind, dann müssten wir... Mann, guck doch mal. Das in der ersten Runde, das war doch nur Spaß. Danach war doch alles okay. Ja, guck mal, Khan. Wenn du schon so frontest, dann musst du schon hier dahinterstehen. Guck mal, Katja ist heute wieder neu dabei und ich wette, sie hat gecheckt, dass ich nur Spaß gemacht habe. Ja, also... Nein, aber guck mal, Khan. Ja, danke. Siehst du, Katja, das ist das Problem mit Claudio. Das ist das Problem. Aber guck mal, Khan, das Problem ist, du sagst, ich hab Leonie beschuldigt. Ja, aber Michelle, ich hab doch Michelle extra gefragt. Ich so, Michelle, sie hat nichts dazu gesagt, das ist das Problem. Ich kann ja mich nur... Ja, aber guck mal. Ja, okay, jetzt hast du gesprochen. Darf ich jetzt mal sprechen? Aber verstehst du, was ich sagen will, Khan? Ich hab ja Leonie beschuldigt. Ich hab gesagt, Leonie kam Richtung Wendt und Michelle sagt nichts dazu. Da kann ich ja nichts mehr machen und so. Ja, aber guck doch mal. Also, Claudio, das Problem, was ich heute mit dir mal wieder habe, ist, du bist null risikobereit. Sag doch, wir gehen jetzt auf Leonie und wir müssen das jetzt riskieren. Nee, wir müssen skippen, weil wir sind noch so und so viele Leute. Und dann siehst du, was passiert. Ja, das stimmt auch. Starten wir aber schon? Ja, es geht los. Oh mein, oh mein Gott. Ich bin mit Katja, Kollege. Ganz ehrlich, ich muss eigentlich Khan erwischen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Mann, oh Mann. Oh, Mann, oh Mann. Oh, Mann, oh Mann. Nee, warte mal. Ich geh mal. Ich weiß ja nicht. Mensch. Oh Gott, ich kann ja wirklich. Oh, das ist aber wirklich schwierig. Mensch, Claudio, du bist nicht mit dem Goodmail-Poster dabei, Mann. So, es wäre doch jetzt schön, wenn ich nicht sofort erwischt werden würde, oder? Das würden wir doch alle begrüßen. Ich kann ja auch wirklich gar nicht hier machen. Okay. Ähm. Ich mach mir schon. Kampsit an. Kampsit an. Deswegen. Warte mal. Da. Das muss ich mal machen. Hier so ein Kreuz. Wie mach ich das dann? Kampsit an. Deswegen darf ich das nicht. Ah, nee. Ja, ist halt immer noch an. Boah, ich weiß wirklich nicht. Ich mach electrical Licht aus. Ist hier jemand? Nein, Punch. Ich weiß doch wirklich nicht, was ich machen soll. Warte, 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 warte. Kampsit aber an. Boah, ich bin so schwierig, ne? Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich denke mal, wenn ich so dunkelrot sehe an dich, Kahn. Ja, stimmt. Ich sollte mich gerade schon freuen, aber an dem Fall auch nicht. Also, ich kann, ähm, ich kann hier hellgelb, rangequick, kann ich saven. Mhm. Äh, ich kann hier. Ich kann hier auch. Ich kann hier auch. Was ich hier für diese Person rausnehmen kann, ist Kahn, muss ich leider sagen. Ja. Aber nur für diese Person, ne? Ja, das Ding ist, ich glaub, wenn's Kahn wäre, dann wäre jetzt schon sehr viel mehr passiert. Glaub ich auch. An dem Punkt. Ich hab schon zu viele Tasks gemacht, als dass es Kahn sein könnte. Guck mal, siehst du? Genau, guck, das mein ich. Also, Claudio wird gesaved, Kahn wird gesaved. Siehst du, das mein ich? Ich kann, ich kann rangequicksaven. Ich war mit dir auch, ähm, nein, ich war mit dir doch auch in den, äh, in den Electrician und so, als ich, ich bin dann auch mal hochgekommen, dass das Licht da nicht war. Und dann wart, dann warst du da mit dem, äh, gelben. Dann ist halt direkt gerade das Licht angegangen. Ich bin dann halt, ich bin dann hochgegangen, um meinen Tasks zu machen und ihr seid dann rausgegangen. Okay, okay, dann ist Katja eigentlich auch raus. Aber wie, Moment, Moment, wie gesagt, wir können alle vier sogar noch sein, ne? Ist ja nur eine Person erwischt worden. Ganz Elena, Melika. Also, ich würde jetzt niemanden hier so einfach rausnehmen. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, Mr. Glaubt ist gerade auch noch da und, äh, der ist gerade ein bisschen still und das kann immer was heißen. Boah, Mr. Glaubt ist immer still. Und es gibt einfach auch nur. Boah, aber sein Skin ist cool. Das sieht, das sieht so creepy aus gerade. Ich will den Skin auch haben. Ja, das ist mir wirklich schon cool. Ich will ihn haben. Zeitlang habe ich gedacht, Mr. Glaubt ist Claudio, aber Mr. Glaubt ist zu gut in so Roblox und sowas, dass du das sein könntest. Was ist das für ein Front? Der ist wirklich viel, viel zu krass. Der ist besser als Kahn auch. Was? Übertreib mal nicht. Mann, oh, ich weiß auch nicht. Ich muss hier wirklich jemanden killen hier jetzt, weil ich meine, Daniel meint schon die ganze Zeit, die hat jetzt auch einfach nur die ganzen, äh, Tasks schon gemacht. Ich kann wirklich nicht lügen. Ich kann das nicht gut. Kann das einfach nicht gut. Michelle ist hier. Gott, Alter, ich kann nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich sehe gerade auch niemanden. Er hat mich schon wieder verraten. Guck mal, ich hatte ihn schon wieder. Ich wusste es doch, Mann. Hallo, hey. Danke. Ich wollte gerade sagen, wer macht den Code da oben nicht? Ich, ich war gerade dabei. Ich war da dran. Ah, okay. Ich habe es gerade, ich habe es gerade, ich habe es gerade fast gemacht. Wo? Wo? Danja, du bist noch gemutet. Mit uns in Admin, kannst du das sagen? Ich kann es dir gerade ehrlicherweise nicht sagen. Danja, du bist doch gemutet, Danja. Achso. Entschuldigung. Danja, wer war noch mit uns in Admin? Ich weiß es gerade leider nicht. Ich weiß nur, dass du gerade reingekommen bist. Ja, bitte. Danja, bitte. Ja, das stimmt, aber ich bin schon länger drin. Also, ich mache gerade den Code mit dir. Ja, ich bin halt rausgelaufen gerade. Ja, ich war noch dabei, den Code dann zu machen. Ja, den hatte ich ja schon eingegeben. Achso, den, ah, den Admin, ne? Danja, bitte. Bitte, bitte, bleib dran. Danja, bitte, bleib dran, bitte. Das könnte ein Self-Report sein. Okay. Rangequick, ja, also gelb. Wo war das, ey? Danja, bitte, bleib bei Claudio. Bitte, bitte. Mit Admin zu dritts. Du warst mit wem? Oh, zu, Katja? Ich war alleine in O2. Du warst alleine in O2. Du, guck mal, bleib bei Claudio. Danja, sonst, wenn ich das jetzt wäre, wenn ich reingekommen wäre, würde ich sagen, ja, Safecard, der ist bestimmt von da gekommen, du bist gerade erst reingekommen. Aber bei Claudio wird wieder gar nichts gesagt. Hab ich. Weil dann können wir die viele rausnehmen. Weil, guck mal, gelb ist verdächtig. Claudio ist auch noch. Mann! Heute, ich weiß nicht, was los ist. Also, heute weiß ich echt nicht, was los ist. Ja, guck, gut. So, Katja, Danja, ich. Raus vier. Das heißt, die anderen vier sind für den, ja, guck mal, und Mr. Glob schreibt sogar, dass er zuletzt Security gesehen hat. Hm, verdächtig. Danja, bleibt doch bitte bei Claudio. Bitte. Äh, was macht man? Ich skippe noch. Ich skippe. Ja, ja, wir sind ja fertig mit der Laufkampfers. Guck mal, wir sind mehr als über die Hälfte. Keiner würde jetzt sagen, votet jemand raus, aber nein, ich spiele das sicher runter. So. Freunde, ganz entspannt. Also, ich hoffe, Katja wird jetzt nicht nervös und bleibt relativ entspannt. Katja, was? Katja und Claudio sind Imposter? Kommt dann hier jetzt. Boah, ich bin so schlecht, wirklich, Claudio. Es tut mir so leid. Ich krieg das einfach nicht hin. So, mach mal die Leidze aus. Oh mein Gott. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Okay. Danja, bitte. Also, Claudio oder Mr. Glob? Claudio, 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 Claudio! Was meinst du? Ich bin an den Leids. Ich fixe grad die Leids. Ja, ja. Ja? Es waren jetzt entweder du oder Mr. Glob. Ich bin grade erst in den Leids gegangen. Ich war so Richtung Navigation, dann so Schild. Dann ja, bitte. Bitte. Bitte bleib bei Claudio. Bitte. Also, ich würde dir jetzt mal glauben, Claudio. Nee, guck mal. Ja, ich find's okay, dass du mir glaubst. Aber das Problem, was ich nicht kann, ich kann dir grad nicht glauben. Weißt du, warum? Ich bin grad da reingelaufen mit Mr. Glob zusammen. Und in dem Moment, dass ich da reinlaufe, gibt's einen Kill. Genau in dem Moment. So, und es war ein Stack-Kill. Das bedeutet, es können nur du oder Mr. Glob gewesen sein, weil die dritte Person ist weg und ich war die andere Person. Das bedeutet, es kann jetzt nur du gewesen sein oder Mr. Glob. Dann schreib das doch rein. Wenn du sagst, du warst es sicher nicht. Nee, weiß ich nicht. Dann war's Mr. Glob. Okay. Boah, nee. Vielleicht, aber wir müssen, glaube ich, jetzt schon boten, ne? Ja, wir müssen boten. Also, das Problem ist, Katja, ich gönne es einfach Dania nicht, wenn sie im Forst ist. Bin ich ganz ehrlich, ich gönne sie einfach nicht. Aber, sie hört sich sehr, 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 sehr glaubwürdig an. Dann muss das Grün gewesen sein. Weil ich als Rot und Mensch bin, war ich morgen. Ja, guck mal, Dania, wollen wir nicht erst lieber auf Grün gehen als... Warum denn auf Grün? Ach nein, weil ich habe Angst, dass du es bist. Ja, aber Grün war doch... Ja, aber Grün war gerade überhaupt nicht da. Nein, nein, für die andere Person, für uns zwei erwischt. Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, ich habe gesehen, dass entweder du oder Mr. Glob waren. Das bedeutet, entweder du oder Mr. Glob sind es jetzt definitiv gewesen. Wenn du sagst, du bist sicher, dass du es nicht warst. Ja, ich gehe auch Mr. Glob, okay. Wenn du es bist, Gigi, ich gönne es dir. Ey, es ist unfassbar. Dania, es ist unfassbar. Ich schwöre, bleibt doch einmal, wenn ich das wäre, wäre safe, wäre ich es. Mach Emergency, mach Emergency, Katja. Oh nein. Ich war es halt nicht, es war einfach Claudio. Nein, 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 geh weg, Claudio, geh weg. Geh bloß weg. Easy. Ja, wir haben verloren. Ehrlich, ich hasse das. Weil, wenn ich jetzt Imposter wäre, wäre ich schon längst draußen. Schon längst. Und das ist unfair, ehrlich. Boah, ich wusste es. Guck mal, darf ich, warte, warte, bevor wir weitermachen, zwei Sachen, die ich einmal sagen muss. Man merkt in dieser Runde, gerade bei dir, Dania, wie unfair du gegenüber mir spielst, weil das war jetzt schon das zweite. Du warst weg, Alter. Warte, hör mir mal zu, hör mir mal zu, hör mir mal zu. Ich habe schon in der ersten Runde gesagt, Claudio, du bist aus Cafeteria gekommen. So. Danach hast du Claudio auch noch mal gesehen und du votest Mr. Glob. Wäre ich das gewesen, hättest du safe schon gesagt, es ist Kahn. Dann hast du bei meinem Kill gesagt, Claudio, du bist gerade erst reingekommen. So, und du votest Claudio nicht mal ansatzweise. Ich habe gesagt, entweder Claudio oder Mr. Glob. Du hast ihn zweimal, du hast schon bei Admin gesagt, ey, Claudio, du bist gerade erst reingekommen. Und du kommst nicht ansatzweise auf die Idee, mal zu sagen, Claudio, du bist ein bisschen sass. Gar nicht. Aber wäre ich das gewesen, wäre ich safe direkt raus gewesen. Safe. Ich kann echt zustimmen. Normalerweise hätte ich da echt fliegen müssen. Ich habe das sehr, sehr schlecht gemacht. Eigentlich hättest du mich echt voten müssen, Dania. Aber ich bin es gut. Ja, ich hätte dich alleine voten müssen, weil du so abgedingst warst und meintest, du lass uns grün und so. Aber ich dachte mir, komm, ich vertraue ihm jetzt mal. Ja, siehst du, siehst du. Und sei mal ehrlich zu dir. Zu dir hättest du mir vertraut? Junge, jetzt mach nicht. Sorg nicht dafür, dass jede Geschichte sich um dich dreht, Junge. Ja, aber es ist so, es ist so, Dania. Es dreht sich nicht alles nur um dich. Ja, aber es ist so. Karl, wir geben dir recht, alles gut. Wir geben dir recht. Und dann kommt noch hinzu. Alter, jetzt entspann mal deine Situation. Ja, es geht jetzt um Claudio. Sonst kriegst du... Also wirklich. Du kannst mich ruhig stumm stellen. Claudio, kannst du mal bitte aufhören? Du hast gefühlt 95% Redeanteile. Okay, du hast recht. Ja, das fiel lock ich ja auch. Du redest die ganze Zeit, sodass die Leute überhaupt gar keine Ahnung... Also gar nicht der Chat, sondern wir. Klar, bei Katja von dir hätte ich das auch nicht erwartet als Imposterin, dass du gerade so spielst. Aber okay, du hast recht. Warte mal, wie hab ich denn gespielt, hä? Ja, ihr habt schon gut gespielt. Aber sorry, also Claudio hätte schon längst fliegen müssen. Ja, und ich bin ehrlich zu dir. Ich habe, als ich dich erwischt habe, auch sogar gesagt, ich muss Kahn erwischen. Weil ey, no front, aber du hattest mich schon quasi gehabt, deswegen musstest du leider... Ich wäre aber auch nicht drauf gekommen, dass du es bist. Also außer jetzt in der letzten Runde, da wusste ich, dass du es oder Mr. Glob bist. Ja, aber du hattest doch schon... Vorher bei meinem Kill hast du doch schon Claudio ein bisschen gesasst, im Sinne von, ey, du bist gerade erst reingekommen. Ich hatte ihn da überhaupt nicht gesasst. Ich hatte ihn da nicht gesasst. Nee, ich habe da Claudio nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur gesagt, dass er gerade reingekommen ist und diese Dings gemacht hat. Ja, man muss auch sagen, ich bin ja halt ein guter Lügner, ne? Ja, du bist kein guter Lügner, du bist einfach jemand, der so viel redet, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was sie voten sollen. Wir machen jetzt ein Deal, ich rede nicht mehr so viel. Ja, bitte, das wäre super. Aber in den Runden darf ich so viel reden. Mann, du darfst so viel reden, wie du willst, auch bei den Diskussionen. Aber ich bitte nur Danja dich und auch Katja dich darum, ein bisschen fair zu sein bei diesen Runden. Katja, aber meine Impostakolleginnen. Ja, aber es geht um die Zukunft. Wir haben dich nicht rausgevortet, du wurdest erwischt. Ja, aber es geht ja nicht um uns voten, sondern es geht um das Imposter-Dasein. Och nein, och nein! Och man! Ja, ja, wir sind... Das gibt's nicht. Easy Runde. Ich muss als erstes böse Hexe verschwinden lassen und Mr. Glauben... Okay, böse Hexe ist erstmal die Person, die als erstes leider dran glauben muss. Ich habe echt den Fluch. Ich habe sowas von den Fluch. Okay, gut, 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 ich bin Crewmate. Ich muss nicht schwitzen. Also ich schwitze nicht vor gut sein, sondern ich schwitze vor nervös sein. Das ist meine Nervösation. Ich möchte einfach nicht mehr schwitzen. Ich werde denen jetzt sowas von verkaufen. Ich werde denen jetzt sowas von verkaufen. Aber sowas von. Ich werde denen jetzt sowas von verkaufen. Ja, ich bin sehr nachtragend. Eigentlich nicht, aber ich möchte diese Runde gewinnen und dafür werde ich jetzt Claudio opfern. Oh, okay. Mal gucken, was da abgeht. Oh, die Töns sind zu... Ähm... Leute! Komm ja nicht hinterher. Okay, das wird schon fixiert. Okay, also Leila habe ich das letzte Mal in, ähm... Lower Endgame gesehen. Was? Claudio, ist das... Nein! Ich wollte gerade sagen, ich rede nicht so viel. Alles gut. Claudio, alles gut. Ich habe gesehen, wie du im Wett gesprungen bist. Also, votet... Also ihr könnt... Bitte votet erst Claudio. Wenn er es nicht ist, könnt ihr mich rausvoten. So, ganz einfach. Echt? Ja! Wenn er es nicht ist, dann votet mich raus. Die böse Hexe wünscht es wäre dann... Ja, das wünscht sich auch nur, damit alle anderen gewinnen anstatt mir. Es ist Claudio. Bitte glaubt mir nur einmal. Glaubt mir bitte nur einmal. Ja, ich glaube der jetzt. Aber wenn du jetzt... Wenn du jetzt lügst, dann war das das letzte Mal... Kurze Frage, wo hast du mich denn gesehen? Wie du in welchen Sprung bist bei Alec? Welchen? Bitte glaubt mir, wenn er es nicht ist, könnt ihr mich voten. Bitte glaubt mir nur einmal. Nur einmal. Danke. Danke. Ja, komm, du hast einmal dein lieben Glück. So, jetzt spielen wir das clever runter. Das ist... Das ist gut. Das ist gut. Ich folge mal jetzt Kahn. Und ich werde ihm jetzt versuchen, viel zu helfen. Stark. Stark. Ja, ich fand es auch ein bisschen sehr sass, wie Claudio halt sofort bei Edmund da war und halt O2 gefixt hat. Oder halt diese Unsaufgabe. Wie mache ich das dann? Auf den bin ich jetzt gerade eigentlich. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dania, wer ist gerade in Alec reingekommen? Ja, okay. Dann war es Sophia. Also, äh, wir sind ja zum... Ja, ist ja klar, weil ich wollte gerade reporten. Ja. Ich war doch gerade mit dir in Alec dann, Dania. Wir haben doch die Lichter gemacht und dann bin ich raus und da war der Kill. Kahn, wieso? Du opferst mich schon. Ich verstehe den Move. Er opfert mich, damit er die Runde alleine gewinnen kann. Aber wieso erwischst du jemanden, wenn zwei Leute in der Electrical oben sind? Ja, wenn du in O2 warst, dann warst du auf der ganz anderen Seite von der Map. Boah, es kann ja auch gut sein, dass du einfach gerade Claudio geopfert hast, damit wir dir glauben. Ja. Und guck, da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Das ist wieder typisch Dania. So ohne... Ja. Ich habe einen Imposter raus... Ich habe einen Imposter rausgefunden und dann heißt es, ja, Kahn ist es. Ja, also Sophia schreibt gerade, oder es ist Dania, weil sie ist kurzer von Alec reingekommen. Ja, also... Ja, aber dass ich es nicht war, kannst du jetzt bestätigen, Kahn? Ja, sag ich doch, ich sag doch, es ist Sophia. Okay, dann voten wir Sophia. Ja, bitte. Aber wenn Sophia es nicht ist, dann fliegst du. Ja, aber warum solltest du denn halt... Boah, keine Ahnung. Ich weiß... Ich denke nicht, weil warum sollte dann halt Kahn... Warum hatte dann, äh, Claudio herausgefunden? Ach, keine Ahnung, Kahn macht manchmal komische Sachen. Ja, genau. Nach dieser Diskussion hau ich Claudio raus, genau. Guck mal, ich glaube dir doch, ich habe Sophia gewotet. Aber wenn sie es nicht ist, dann musst du es sein. Kahn, sorry, aber das war nicht so clever. Logik. Ich weiß, dass du... Weil wir die einzigen drei waren. Ja, aber du warst gerade auch da, ne? Aber Kahn... Also, bitte. Ja, aber ich habe eben Tasks gemacht. Ich habe doch auch Tasks gemacht. Ja, ist doch okay, aber du hast mich doch gesehen. Aha. Aha, Dania. Aha, Kahn. Schwierig, Mensch. Wen haben wir doch noch eigentlich? Wir lassen mal Kahn hier. Wir lassen mal Kahn machen. Ach, Mann. Können wir doch bitte One Task at a Time machen? Mensch, was ist das denn? Ich habe verloren. Weil Dania wieder bei mir ist. Kahn, lass dir einfach nicht das fixen. Hä? Wo soll ich jetzt hin? Mach es nicht, Kahn. Mach es einfach nicht. Kahn, du hättest es einfach ablaufen lassen können. Was war das denn? Einfach ablaufen lassen können. Es war doch... Okay. Ja, Kahn raus jetzt. Wie? Warum? Weil es uns keiner gewesen sein konnte. Wir waren doch nur zu dritt da drin. Wenn ich es nicht bin und Sophia es nicht ist, dann musst du es jetzt gewesen sein. Das war vor Alec. Vor Alec. Und Dania war auch da. Dania, du warst auch da. Und die Lichter waren davor. Ja, aber ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Kann auch sein, dass du davor den Kill gemacht hast. Aber du bist doch hinter mir reingelaufen. Wenn ich den Kill gemacht hätte, dann hättest du das doch gesehen. Also, ehrlich gesagt, ich finde, das ist ein bisschen weird, dass du jetzt die ganze Zeit auf Kahn gehst. Weil ich weiß halt nicht. Das hat für mich irgendwie so gar keinen Sinn ergeben, dass er halt jetzt Claudia rausgewordet hat. Also, ich finde, du, Dania, bist ein bisschen sass. Dass du die ganze Zeit so heftig auf Kahn reingehst. Ja, dann voteet mich raus. Glaubt Alec. Es ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal. Es ist jedes Mal das Gleiche. Katja, vote, wen du willst. Wirklich, ich überlasse es dir. Ja, komm, jetzt mach nicht so einen auf diesen. Es war nicht so einen auf diesen. Ja, auf jeden Fall. Die Lichter waren halt vor. Also, ein Imposter ist ja schon raus. Die Lichter waren halt in der Runde aus. Merkt euch einfach. Wir beide waren in Alec. Sophia kam mit rein. Ich finde es einfach weird. Sorry, ich finde es weird. Sehr gut. Kahn und Katja. Vielleicht folgt mich nicht euch. Nein, Katja hat gechockt. Katja hat gechockt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Vielleicht ein bisschen zu früh, Kahn. Nein, das ist doch noch grau. Oder? Das kann doch nicht Kahn sein. Also, ich kann es einfach nur nicht glauben. Wirklich leid. Ich muss jetzt alle opfern hier. Ja, das ist die falsche Sabotage. Komm, wir lassen uns Zeit. Also, wie er das geholt hat, wäre das falsch. Oh, war das schön. Ich schwöre, ich habe es noch gesagt. Ich habe es noch gesagt. Sorry, Daniel. Ja, es war, ich schwöre, das war seit Monaten die beste Runde, die ich jemals hatte, weil ich alle, euch alle konnte ich opfern. Claudio, ich schwöre es dir, es war geplant, dass ich dich opfere. Ja, alles ist mir schon klar, dass du, wenn ich vorstelle Kollegen noch passt. Ich wollte das. Tut das gut, Leute. Also, ich sage, wie es ist. Das ist schon heftig. Ich glaube schon trotzdem, dass das ein guter Move war, Claudio. Ja, doch, war gut. Ey, GG. Dannja ist natürlich draufgekommen, aber trotzdem, es hat was gebracht. Du hast gewonnen. Du hast auch mitgespielt. Ich muss mich auch bei dir bedanken, ehrlicherweise, weil du hast gut mitgespielt. Katja, es tut mir wirklich ein bisschen leid, aber es war deine erste Runde. Ja, das war eine erste Runde nach zwei Jahren. Die muss natürlich auch richtig gefeiert werden und das können wir nur so machen. Leute. Wusstest du nicht, dass du so eine Person bist? Ja, wusste ich auch nicht. Und es war so schön, dass das so salty war, weil Danja wurde dann auch salty und das hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich wusste es einfach. Ja, ich wusste es einfach. Ich habe es doch auch gesagt. Ich habe gesagt, Kahn macht komische Sachen. Ich habe gesagt, Kahn ist, ich habe gesagt, Kahn muss es eigentlich sein. Und so, ich wusste nicht, dass Kahn so komisch sein kann. Deswegen, ja, naja, das ist schon gut. Sorry. Leute, das war es, Among Us, das erste Mal mit Katja. Katja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Claudio natürlich auch und Danja auch. Yes. Schaut bei Katja vorbei, schaut bei Claudio vorbei, schaut bei Danja vorbei. Alle Channels sind unten verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Oh nein. Oh Gott, Sophia, das halte ich nicht aus. Das ist mit zu viel Druck. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Auf einer neuen Map, Alter! Danja, was? Was? Katja, Katja! Ich will eigentlich kein Imposter sein, weil dann werde ich direkt gevotet. Ich weiß es. Okay, wann? Ja, 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 wer? Was? Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us und wieder dabei, wie auch zuvor, Katja. Hallo, Katja. Hallo, hallo. Ja, Danja und Claudio sind auch da, aber gut. Juhu. Hallo. Ich bin Willi. Leute, Katja ist jetzt wieder auf YouTube. Checkt auf jeden Fall gerne ihren Channel ab. Den von Claudio und Danja bitte nicht. Sind auf jeden Fall alle unverlinkt. Einmal der Claudio mit wie viel Os? Zwei. Zwei. Dann da unterstrich Danja. Und noise8. Warum dieser Name? Ich weiß es nicht, aber ist es okay. Hallo, der Name ist gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Auf welchem Kanal sind wir? It's Scantastic. Was ist das für ein Name nochmal? It's Scantastic. Wir können jetzt auch, wir können jetzt auch persönlich werden, aber wir müssen jetzt nicht so persönlich werden, Katja. Okay? Oha, Katja. Ehrlich. Du, du wirst jetzt gerade ein bisschen persönlich. Wir werden persönlich in der Amor-Uns-Runden. Jaja, lässt uns 15 Minuten hier warten und dann jetzt noch so, komm, oder was? Ja, ist okay. Wir starten mit euch. Let's go. Okay, ich dachte, boah, ich dachte gerade Prosta. Okay, ich bin Crewmate, das heißt, ich kann beruhigt aufspielen. Hoffentlich. Aber ich wette, Danja sorgt dafür, dass ich direkt rausfliege. So, wir sind auf der neuen Map heute mal wieder. Okay. Puff, gut. Erste Runde, Crewmate, finde ich gut. Ich habe die Map gar nicht gezockt. Ich habe null Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist das erste Mal, seit zwei Jahren, wo ich Among Us talk war. Was ist denn hier los? Oh nein. Oh Gott, Sophia, das halte ich nicht aus. Das ist mir zu viel Druck. Oh Gott. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Auf einer neuen Map, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Oh Gott, auf einer neuen Map, okay. Na gut, na gut. Kann ich hier, okay. 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 Was ist das? Los! Danja, wieso? Why? Wieso? Eigentlich müsste jetzt Danja direkt raus. Dann ja, muss jetzt direkt raus, Leute. Ich warte doch nur auf eine Person. Bitte. Komm hier jetzt und tu deine Hand da drauf. Wo bleibt die Person denn? So, okay. Katja ist da perfekt. Wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Das ist ja so verwirrend. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ich habe diese Map noch nie gespielt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ja, das war wahrscheinlich die Revanche vom letzten Mal. Also schaut euch das letzte Video auf jeden Fall an. Wo wir das erste Mal mit Katja im Manga spielen. Es war seit Monaten die beste Runde. Oh, oh, ich glaube, das war gerade ein Versuch, mich zu erwischen von Leonie. Was ist das? Warum habe ich eine andere Farbe jetzt? Warum habe ich jetzt eine andere Farbe? Was ist das? Hä? Was war das? Nein, verdammt. Verdammt, ich war zu langsam. Oh nein, ich war zu langsam. Ja, ich wusste es. Hä? Moment, wieso? What? Ja, Katja. Ähm, ich weiß auch, wer es war. Hast du jemanden gesehen? Ja, es war Sophia. Leonie sagt die Wahrheit. Was? Dania, was? Ach so, wenn ich aber Claudio verrate, ist das schlimm. Schreib es doch rein. Hä, wieso schreibt Dania nicht? Ja, okay, Leonie sagt. Warum bist du verwirrt? Was los? Weil ich die Map nicht schicke. Ach, toll. Ich raff die Map nicht. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich glaube, Dania sollte eigentlich auch ein Kühl machen. Raff die die Map nicht? Oder ist sie einfach nur verwirrt, weil sie Imposter ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist ein bisschen verdächtig. Oh ja. Ja. Ja, es könnte Dania sein. Dania ist irgendwie verdächtig. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich verwirrt ist wegen der Map oder ob sie gerade einfach verwirrt ist, weil ihr Imposter-Kollegen rausgeflogen ist. Oh, es tut mir leid, Sophia. Es tut mir so leid. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich war viel zu langsam. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sophia, du hast alles gut gemacht. Alles richtig gemacht. Es tut mir wirklich leid. Blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Weil jetzt ist Dania sie raus. Ich wusste es. Ich wusste es. Freunde, daran merkt ihr, dass ich Dania halt sehr gut kenne. Wie kann ich denn jetzt? Ah, okay. Ah. Was ist das denn hier immer? Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier aufhalte. Wirklich gar nicht. Normalerweise schreibt auch Dania direkt rein so, äh, ja, der und der war das. Ich habe es gesehen. Und dieses Mal hat sie nichts geschrieben. Deswegen bisschen Sass. Jetzt ist halt die gute Frage, ob sie sich trauen wird. Ja, es wird schwierig, Dania. Jetzt bist du alleine. Ich glaube, alleine wird sie das nicht schaffen. Hoffe ich. Junge, was ist das denn für eine Map? Ich check halt auch wirklich gar nichts mehr. Ja, Dania. Das wird wohl etwas schwierig. Mann, alle wissen, wer mit mir ist gerade. Das ist gerade echt ein bisschen blöd. Sie hat keine Ahnung, wie sie das spielen soll. Das ist gerade echt blöd, muss ich mal so sagen. Ich gehe einfach mal rein. Ich gehe einfach mal rein. Ich laufe die ganze Zeit nur rum und versuche, mit dieser Map klarzukommen. Ja, ich auch eigentlich. Also, ich kann auch gar nicht irgendwie jetzt wirklich nachdenken, so, ey, er könnte ein Poster sein. Ja, okay, man muss sagen, Katja und Dania spielen das erste Mal diese Map. Also, kann es sein? Nee, weil es ist die ganze Zeit nur so, wie komme ich jetzt von der einen Seite zur anderen? Das ist so, ich muss irgendwie so auch klarkommen, so mit den ganzen, so, mit den ganzen Sachen, ja. Ja, danke, danke, Hexe, danke. Du bist. Also, gesasst. Bis. Doch, 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 doch. Och, Katja. Nein, Katja. Katja, nein, du fällst jetzt nicht drauf rein, Katja. Ich habe doch Jupp geschrieben vorhin. Katja, du fällst nicht drauf rein. Wo ist Lagerfeuer überhaupt? Entschuldigung, ist das denn? In welcher Richtung? Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Claudio hat eine Map reingeschickt, glaube ich. Ja, also, die Map sehe ich halt auch und so, aber ich weiß nicht, wo der, wo Lagerfeuer ist. Weiß ich auch nicht. So, ist das halt einfach nur... Ach, Mann, Katja. Also, ich war auf jeden Fall vorhin irgendwo oben und ich habe vorhin bei Reaktor irgendwie die Hand da drauf gehalten. Ich kann einfach, ich kann einfach gelb safen, also, weil wir standen auch oben an Communications und wir waren halt beide mit geschlossenen Türen und so und es war halt alles, es war halt mitgelaufen. Nothing special. Hat Mr. Glob eigentlich irgendwas reingeschrieben? Mr. Glob hat nix reingeschrieben, nee. Ich habe schon einfach nur vergessen, dass Mr. Glob da ist. Ja. Oh Gott. Mein Herz schafft das einfach alles nicht. Mein Herz packt das nicht. Ja, Danja weiß, dass er sonst auch nicht viel schreibt, aber Danja sagt natürlich gar nichts. Und Katja kann das natürlich nicht wissen. Bisschen entzeuscht, weil Böse Hex hat recht. Danja hat eben die Person nicht gesasst, auch wenn es vor ihren Augen passiert ist. Das macht quasi zu unsichtbar teilweise, kann das sein. Nee, Mr. Glob werde ich jetzt mal nicht erwischen gehen. Ich glaube, Mr. Glob wird sie jetzt lassen, weil sie halt Katja versuchen wird, auf ihre Seite zu bekommen bei Mr. Glob. Braucht sie ja gar nicht, weil sie glaubt ja auch, dass es Mr. Glob ist. Oh, 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 okay. Okay, nee, I left the game. Okay, gut. Dann ist ja nix passiert. Nee, doch, ist passiert. Sie hat Katja schon in der Tüte, leider. Ich war gerade mit Gelb unterwegs, tatsächlich. Wir waren zusammen im Laboratory und dann ist sie rausgegangen und irgendwo da von draußen, ich habe niemanden gesehen, irgendjemand da von draußen hat es gewischt. Aber ich bin mir fast sicher, dass es Mr. Glob war. Ja, also nicht zu 100 Prozent, weil ich kenne die Map nicht, aber ich bin mit Mr. Glob vorhin langgelaufen, habe ihn gesehen, also habe mich mit ihm quasi so getroffen, da ist ja so ein Gabelweg und dann bin ich unten lang zurückgelaufen, wo er herkam und da kam er dann auch. Doch, aber es könnte auch böse Hexe gewesen sein. Also, wenn Mr. Glob es nicht ist, dann ist es ziemlich sicher böse Hexe. Katja, Katja! Also, Mr. Glob finde ich ein bisschen richtig saß, ehrlich gesagt. Katja, vertraue ihr doch nicht, böse Hexe hat schon recht. Also, ich hoffe, Mr. Glob und böse Hexe gehen auf dann, ja. Aber nicht ganz, sondern an diesem Gabelweg daneben, also wenn man weiter links geht. Ja, ja, genau. Ich glaube, die kannte halt auch gerade bei Laboratory Safe. Also, die war auf jeden Fall mit mir und so und dann halt so ein paar Sekunden später. Keiner schreibt, was ich glaube, ist nicht böse Hexe, schreibt nix. Katja schreibt nix und Mr. Glob schreibt nix. Freunde! Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt auch aber so, ach, keine Ahnung. Mensch, aber das ist ja jetzt auch die entscheidende Runde, oder? Nee, es ist ja nur noch einer. Also, ich bin mir fast sicher, dass es Mr. Glob ist, aber es könnte halt auch böse Hexe sein. Und die werden jetzt Mr. Glob rausworten, weil sie Katja schon auf ihrer Seite hat. Ich tippe auf Mr. Glob einfach, weil wir müssen halt jemanden rausworten. Kann es sein, dass es Danja ist? Ja, okay, Danja hat gewonnen. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Und somit ist es vorbei. Und Danja holt ihren ersten Win in 25 Jahren. Mann! Mann! Oh mein Gott! Ja, das war tatsächlich, muss ich sagen, Danja, das war gut gespielt. Das war echt gut gespielt, Mann. Ich hab mit dir so richtig related, Mann. Was ist das? Oh, ich hab aber auch gesweatet die ganze Zeit. Ich hab wirklich keine Ahnung von der Map. Es war nicht gespielt. Ich hab wirklich keinen Plan. Ich glaube, was halt auch gut war, war, dass, Katja, du musst wissen, Mr. Glob schreibt sowieso gar nichts. Okay, gut. Aber das konntest du halt nicht wissen. Und das hat natürlich direkt jetzt gepasst. Aber Danja hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen. Du musst eine Sache beachten, weil Mr. Hex hat ja geschrieben, du hast ja nicht richtig gesasst. Und Danja sagt so, nee, hab ich nicht. Aber Danja hat ja nur mit dir ihn richtig gesasst. Sie hat ja nur Jap geschrieben, weißt du? Ich dachte mir so, nein. Ja, aber ich hab's ja geschrieben. Ja, du hast Jap geschrieben. War schon richtig. Ich sag mal so, du hast natürlich davon profitiert, dass Katja so schlecht spielt. Hallo. Ja, muss man einfach gar nicht sagen. Ja, ist immer wirklich so. Ist immer wirklich so. Ja, 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 ja. Also ihr könnt doch einfach sagen, dass ich mal gut gespielt hab. Haben wir doch. Ich habe wirklich. Ich hätte direkt Katja fertig machen können. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich das Problem, Leute zu sassen. Ich fühl mich immer so schlecht, wenn ich dann einfach nur so. Claudio, oder? Ich will eigentlich kein Imposter sein, weil dann werde ich direkt gevotet. Ich weiß es. Gut, ich bin Crewmate. Weil ich weiß, dann werde ich direkt gevotet. Ich habe wirklich das Problem, Leute zu sassen und vor allem so meine Freunde zu sassen. Ich kann das einfach nicht. Ich denke mir die ganze Zeit so, das kann doch nicht wahr sein, dass sie mich einfach anlügen. Ey, wieso? Oh, wieso? Da wird mich sowieso keiner finden, Mann. Oh, jetzt kann ich einen Marshmallow roasten. Das ist ja cool. So, ich habe jetzt Kahn da schön erwischt. Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid für Kahn. Ey, es ist unfassbar. Ich schwöre, es ist unfassbar. Aber hat der Pech gehabt, wenn er mit wieder hochkommt? Ey, das war gerade ein richtiger Freak. Das ist unfassbar. Warum? Ich möchte doch einfach nur normal spielen. Freunde, das war richtig free. Das war klar. So, nach der letzten Runde, wo ich so alles gerockt habe, werde ich jetzt hier von allen verraten. Also kann mich keiner mehr finden? Alles klärchen. Ich erweck dich nicht da in die Richtung. Mann ey, wer wurde denn jetzt schon alles? Claudio, du frecher Hund. Oha, auch einfach hier so versteckt? Okay, Bösexel läuft nach oben. Klar, gut den noch erwischt. Ja, danke. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was? Ja, 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 wer? Was? Was? Laber hier nicht, ey. Junge, du Hund. Du Hinterhältiger. Katja, du darfst dich ruhig ermüten. Wir sind alle gekirrt. Mann. Hier, Leute, hat davon drei Stück vielleicht Claudio alleine erwischt? Das gibt's doch nicht. Du hast mich nicht erwischt. Du hast mich nicht erwischt. So, muss ich einfach sagen. Mich hast du nicht erwischt. Mann, ehrlich, warum machst du das? Ich glaube, ihr so dreist wieder. Hinterhältnis. Alter. Du hast einfach Angst. Kann das sein? Nein, äh, so, was ich mal sagen kann? Also, ja, ziemlich sicher, dass Claudio ist. Danke. Let's go. Jawohl. Jawohl. Allein wegen der Aktion. Jawohl. Ja, Mann. Du bist ertappt worden, mein Lieber. Da ist eine Spielerin oder ein Spieler, der besser ist als du. Ja, gut, kann sein. Und jetzt? Ja. Der kann es jetzt nicht so die ganze Zeit labern. Aber guck mal, wenn die von da kommen und das so ist, dann habe ich aber diese Task gemacht. Also, das geht so nicht, weil dann brauche ich fünf Royal Eggs. Ja, ja, deswegen also. Ja, skippen, natürlich. Bei vier Leuten skippen, natürlich, Claudio. Ey, bitte. Wer ist eigentlich mit dir zusammen mit dem Poster, Claudio? Äh, Amy. Weiß ich gar nicht. Was weißt du nicht? Amy ist es. Ey, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und dann kann er noch weiterspielen. Ich kriege echt die Krise. So, B6 wird jetzt erwischt. Ja, es reicht ja jetzt, wenn ihr jeweils einen Kill macht, dann ist es vorbei. Sicher? Ich glaube. So. Ja, ihr seid noch sechs Leute. Das heißt, einfach... Los, macht auch Tasks. Doppelkill und ist vorbei. Leute, Leute, Tasks, Tasks, Tasks. Ja, guck mal. Ja, natürlich, durch Tasks, also das dauert bei uns gefühlt zwei Jahre. Los, mach sie einfach, Kahn. Ich bin doch schon fertig. Als Geister kann man ja... Achso, ich noch nicht. Als Geist kann man ja immer einen Rumpf fliegen. Also, ich bin fertig mit neuen Tasks. Ich weiß jetzt auch nicht. Claudio, dass du mich auch dort killst, wo keiner hinkommt, ne? Das war wieder dein Glück. Ja, ich fand's lustig. Ja, aber was war's denn für ein Cooldown, dass du direkt mich killen kannst? Ja, am Anfang ist es doch immer so, das weißt du doch. Ja. Das war schon ein bisschen unfair von dir. Ja. Ja. Nehmen wir mit. Ah. Klasse. Was ist das denn für eine Runde, man? Ja, aber was sind das für Argumente von Bösehäste? Du hast ja so viele Kids gleich Claudio und das ist unfair. Ja, aber... Das ist einfach wahr. Aber mit der Reaktion hat die Hexe schon recht. Dieses wahre Stimme. Das stimmt. Weil es ist so, du machst das nie. Du bist die ganze Zeit so, oh, okay. Wollt's grad sagen, du machst das absolut gar nicht. Nee, wie? Nein, 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 nein. Du gehst direkt auf Analyse. So, also, ich war da und da und ich hab Royal Ex gesehen und Adopt Me und dies und das. Ich scamme. Ich hab Royal Ex gesehen. Ja, das sind doch sogar die Eggs, ne? Ja, stimmt. Hier sind doch die Eggs auf der... Jüngle. Das sind die neuen Among Us. Okay. Also, das Ding ist halt, Claudio, wenn du weißt, das ist so dein und Karns Ding, dass direkt am Anfang viele Leute verschwinden, dann musst du vielleicht deine Taktik ändern. Ja. Wenn du dir schon so ein Signature-Move geholt hast. Aber ich sag mal so, ich brauch eh neue Hater, denn die Alten wurden zu Fans. Oh nein, oh nein, das schaff ich nicht. Komm, komm, hattet dich. Letzte Runde. Ey, dreimal Claudio. Jetzt bin ich mit Karn. Bitte, Karn, opfer mich nicht. Bitte, Karn, opfer mich nicht. Bitte, Karn, opfer mich nicht. Nein, das war Danja. Und jetzt schon wieder mit Claudio. Okay, diesmal lass ich's sein. Der Esks machen. Der Esks. Der Esks. Keiner kommt mit. Keiner kommt mit. Wo bin ich denn? Achso, ich bin hier überhaupt nicht. Ich war in dem falschen Raum. Danja ist hier. Ja, das Brunismus ist jetzt meine, äh, wow, Karn. Weißt du was? Ich mach das da nicht. Ich darf jetzt keinen Kill hier machen. Ey, ich hab keine Ahnung, was ich mache. Ich hab wirklich keinen. Oh, ich hätt das machen müssen, da oben bei Karns. Natürlich. Natürlich. Mieser Hund, Alter. Jo. Wo? Wo? Ich war gerade unten am Reaktor, äh, Test machen. Dann musst du halt hier diese Sachen ... Ja, kann ich, kann ich soweit. Also, Michelle ist safe, Katja ist auch safe. Und da waren noch paar. Also, ich war jetzt nicht in Coms. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr so safe seid. Warte mal, Karn, kann ich saven? Und Michelle ist safe. Das Ding ist, Sophie können mich saven, ich kann dich auch saven. Ja, das Ding ist, Katja, ich kann Karn auch saven, aber er kann mich nicht saven. Ich kann dir das schon mal sagen für die nächste Runde, falls ich erwischt werde. Ja. Also, Karn ist eigentlich safe. Also, Daniel ist gerade halt nach oben gegangen. Wer? War da irgendjemand in der Nähe? Hast du irgendwas gesehen? Also, ist der Kill gerade passiert? Ich hab halt euch gesehen. Also, ja, Theorie, ja, genau. Also, das Ding ist, ich bin halt unten gegangen. Daniel auf einmal voll auf ... Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig. Ich war von Coms, äh, war ich unten, hab dann die Tasks gemacht. Und ihr wart dann halt irgendwie so alle zu dritt oder so, oder zu viert oder so. Dann bin ich halt wieder hochgegangen. Und Daniel ist halt mir irgendwie ... Welche Tasks hast du denn zuletzt gemacht, Katja? Zuletzt hab ich gemacht diese unten bei Reaktor. Da musst du halt diese Metalldinger, ähm, abholen, damit du die dann quasi wieder in Communications, äh, machst. Okay, gut, Katja ist safe. Okay, ja, Katja ist safe, alles gut. Ja, nee. Also, wie gesagt, Katja, falls dich erwischt bei der nächste Runden, merkt er, dass Karn ist safe. Und ja. Ja, ich kann dich aber nicht saven, ne? Ich weiß, hab ich schon gesagt. Also, du sagst die ganze Zeit, Karn ist safe, Karn ist safe. Ich kann dich nicht saven. Ja, ich weiß. Also, Sass bleibt Sass. Wir haben noch zwei in Post. Wir haben schon zwei in Post. Ich skippe halt auch. Ihr wart da alle. Ihr wart da richtig, ja, ihr wart da richtig viele. Ja, deswegen, ich kann ... Ich weiß, du könnt's auch gewesen sein, aber, äh, ja, die Tasks schon. Noch ein Ding, warum wir das nicht sind, ey, wenn ich das wirklich jetzt schon fünf Leute erwischt, weil so lange ... Ja, 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 jetzt versuchst du doch einfach. Euer Ernst? Setzt du dir safe jetzt Zeit? Euer Ernst? Ja, 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 natürlich. Mache ich jetzt Sport? Ja, ey, wichtig für die Gains, für die Gains, für die Gains, alles für die Gains. Alles für die Gains, Leute. Kann ich gerade saven? Claudio, tu nix. Macht nix. Macht nix. Macht nix. Macht nix. Hier ist mein Start. Ich würde aber schon gerne wissen, mit wem Claudio im Post da ist. Dann kommst du schon wieder. Ja. Lul. Ich war vor 30 Sekunden mit Katja und kommst. Ich kann sie auch saven. Ja, ich war, ich bin jetzt in Lab tatsächlich, da hab ich Michelle gesehen, Michelle, Michelle ist ... Wo ist Lab? Also, ist also 90 Sekunden alt, okay. 90 Sekunden alt, okay. Also, Elena ist safe. Ähm, und Banane ist auch safe. Ja, Katja ist dann raus, weil du bist in ... Ich hab ... Claudio, wo warst du eigentlich? Jetzt gerade bin ich bei Lockout. Wo ist das? Lockout. Lockout. Ja gut, das könnte natürlich sein, weil das ist da um die Ecke. Ja, aber ich bin's halt echt nicht. Also, Claudio finde ich jetzt gerade noch relativ ... Also, nicht fast safe, aber auf jeden Fall ... Also, ich weiß, Mr. Glopp schreibt, sonst nichts rein, aber ich hab Mr. Glopp die ganze Zeit nicht gesehen. Also, ein bisschen was. Der war unten. Der ist doch mein Problem. Der ist unten gegangen. Also, das ist ja das Ding, wir haben uns ja gegenseitig schon ein bisschen gesehen, also Mr. Glopp, du und ich, Claudio. Ja. Ähm, du bist halt nach oben, nach oben gegangen zu Combs. Mit dir? Ja, und dann, ich bin halt, ich bin halt runtergegangen dann schon wieder, weil ich wollte, ähm, nicht dir folgen, sondern Mr. Glopp einfach nur nachgucken. Und dann hab ich den aber nicht mehr gesehen. Ja, genau. Ich bin dann die ganze Zeit nach unten gegangen und ich wusste nicht, wo der dann immer ist. Richtig, das meine ich halt. Ich seh den auch die ganze Zeit und ich, no joke, ich bin wirklich überall schon auf der Map gewesen, weil ich meine ganzen Aufgaben verteilt hab. Ich seh den nicht einmal. Ich hab jeden gesehen. Okay, eigentlich, also die Aufgabe, die Banane gerade sagt, die kann da eigentlich nicht sein. Ich bin mir grad aber nicht sicher. Welche komischen Formen, die ich löschen musste und dann wieder neu ... Wo denn? Bei Combs? Äh, nein, nein. Wo ist die Banane? Das war weiter links, glaub ich. Aber wo ist denn die Banane? Wo macht die? Und Sophie sagt, die Task hat sich auch. Das kann eigentlich nicht sein. Zwei Tasks geht eigentlich nicht. Schwierig. Ich ... Also, Banane war eigentlich safe, diese Runde, aber ... In Meeting Room, schreibt der, ist der Katja? Katja, bist du nicht bei Lab? Ich bin bei ... äh, ich bin bei Lab gerade. Hä, wie ist ab die Banane gewählt? Keine Ahnung. Ja, okay, super, toll. Hä? Entschuldigung. Ich hab, ich hab gepanickt. Mensch. Ich weiß auch nicht, warum wir Banane genommen haben. Mann, ich war jetzt nicht in Meeting Room. Ich war in ... ach, einfach ... Entschuldigung. Jetzt fühl ich mich schlecht. Dann laufe ich mal weiter. Mann, Mann. Nicht dein Ernst, wo bist du denn? Hä, wo bist du? Es ist so, aber Mr. Glob... Vielleicht hätten wir nicht Mr. Glob und Katja... Aber egal, ich musste halt Katja, weil sie als einzige da war. Ich hab mir einfach die Person holen wollen, die da war. Wie krass sind es? Du und Katja? Perfekt, Katja! Ich dachte, es wäre Elena vielleicht, weil die stand ja direkt daneben, als du mich gekillt hast. Ich weiß, ich hab's... Junge, die stand direkt daneben! Sie waren ja auch da geschäftigt. Verdammt, ey! Dieser Move, ne? Aber wo warst du denn überhaupt? Ich hab dich gar nicht gesehen. Mich? Ja. Ich hab den Pilz aktiviert, dann bist du unsichtbar und ich hab gewartet, bis jemand von euch kommt und dann zack, hab ich dich erwischt. Ja. Also ich muss sagen, Claudio, fand ich, hat sich schon ein bisschen zuerst verhalten die ganze Zeit, aber Kahn... Ja, Kahn war... Ich hab die ganze Zeit nicht gedacht, dass es Kahn ist. Ja, wusste ich jetzt auch... Also ehrlich gesagt, ich dachte mir auch die ganze Zeit so, okay, ich wurde erst erwischt von Claudio, weißt du, in diesem Fall... Kahn, wen hast du gewartet? Pink, Pink. Elena? Ja. Perfekt, dann wurde ich die auch als erstes, weil wir müssen... Let's go! Claudio, wir haben gewonnen! Easy, nehmen wir mit! Nehmen wir mit! Eine perfekte Runde mal wieder! Aber was ist denn los hier bei Among Us? Ey, easy! Ja, das ist einfach, weil ich da bin, Mensch! Ja, ich glaub auch, Katja, ich glaub auch! Es muss so sein, es muss so sein! Ja! Heftig! Leute, das war Among Us mal wieder mit Katja, Claudio und Danja! Genau trabalend! Sox, schaut auf jeden Fall in die Infobox für die Nanals von Kátja, Danja und Claudio! Wir sehren uns beim nächsten Mal! Tschö! Ah, das ist jetzt blöd, das ist jetzt blöd! Oh, bitte nicht, bitte nicht! Weil ich bin, ich bin Impoulder! Oh nein! Nee, 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 nee... Wieso, man? Double, ich wusstes! Ja, danke! Ey, wieso machst du das? Prrrr, prrrr, prrrr.... They life 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 World most of us. Willkommen mal wieder zu Among Us. Heute zu zweit mit Danja und euch der Community gleich. Danja, wir machen heute eine Among Us Challenge. Und zwar dürfen wir heute, uns beiden, dürfen wir nur die Wahrheit sagen. Aber bei den Diskussionen und so dürfen wir entscheiden, ob wir den anderen, also euch, auch die Wahrheit sagen oder nicht. Ja, die Sache ist halt, selbst wenn du mir sagst, du bist Imposter und ich sag das den anderen, die glauben mir halt nicht, ne? Ja, doch, ich glaub schon. Wie gesagt, wir sind wirklich, wir dürfen heute nicht lügen. Zumindest uns gegenseitig dürfen wir nicht anlügen. Aber sonst ist ganz normal alles erlaubt. Okay. Gut, dann starten wir jetzt. Let's go. Das ist jetzt blöd, das ist jetzt blöd. Richtig blöd. Also ich bin ein freundliches Crewmate. Also ich könnte jetzt natürlich auch Danja direkt erwischen. Na klar doch. Ich hoffe, du hast es jetzt gesehen, Karn. Ja, Danja, das tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Oh, bitte nicht, bitte nicht, weil ich bin, ich bin Imposter. Oh nein! Oh, heldenhaft. Oh, tut es gerade gut. Hm, tut das gerade gut. Grün, es tut mir wirklich leid. Ist halt witzig, weil du warst es ja nicht mal. Mann, wieso? Das ist sehr witzig. Du warst es nicht und du wirst trotzdem rausgevotet und es ist trotzdem richtig. Och Mann, das ist jetzt blöd. Ich wollte dich eigentlich schützen, aber dann kam der Kill und es tut mir leid. Grün, es tut mir wirklich leid. Wie wolltest du mich denn bitte schützen? Ach, du wolltest grün schützen. Okay, ja gut. Ja, Karn, die Leute wollen eine Information von dir. Ihr solltet als erstes grün und dann direkt hinter Karn voten. Grün, es tut mir wirklich leid. Eigentlich macht das keinen Sinn, weil ich habe ja nichts gesehen. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir so leid. Och nein! Och. Ach ja. Es tut mir wirklich leid. Was soll ich dazu sagen? Och Mann, wieso? Ich bin so blöd. Also ich kann jetzt verstehen, wenn ich jetzt gehatet werde. Ja. Gut, es macht es jetzt für mich einfacher. Du kannst ruhig so bleiben dann, ja? Ich wollte dir wirklich die Wahrheit sagen. Und, ach Mann, es tut mir so leid. Ja, super. Es ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Ja. Karn will einmal die Wahrheit sagen. Bam. Ehrlich, ich wollte nur einmal die Wahrheit sagen. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Tja. Was soll ich dazu noch sagen, Karn? Fällt mir halt auch nichts mehr zu ein, bin ich ehrlich. Jetzt sind die Kameras auch noch an. Toll, ey. Och Mann, das ist so blöd. Mimimimimimi. Aber warum hast du denn auch direkt reported? Ja, weil, ach, ja. Ich weiß es doch nicht, Daniela. Ich war gerade überfordert. Du weißt doch selber, wie es ist, wenn man in Post da ist. Da ist man voll nervös. Ah, das stimmt. Also ich glaube, du wärst wahrscheinlich trotzdem Sass gewesen. Aber ja, es war halt... Es ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt sind auch die Camps die ganze Zeit an. Das ist richtig blöd. Ich mache immer schön meine Aufgaben. Ey, das ist... Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen tatsächlich. Da gebe ich dir recht. Es war schön mit anzusehen, muss ich sagen. Das war wirklich sehr schön anzusehen. So, ich habe auch meine Tasks fertig gleich. Hervorragend. Ja, ich muss jetzt hier mit Licht aus ein bisschen... was machen. Bisschen mit Licht aus. Ja, mach mal mit Licht aus. Oh! Och, das war wieder so blöd. Es war wieder so blöd. Was ist denn los mit dir? Ich weiß echt nicht. Ich finde es auch schön, deine Impostor-Kollegin hat direkt in den Chat geschrieben. Karn ist es. Ja, natürlich. Richtig so. Du noch so, hä? Kann, kann es nicht sein. Och, die Hexe hat es schon wieder. Och, nö! Ja, es ist, wie es ist, Leute. Es ist, wie es ist. Ja, ich... Ja. Was nicht bei Dania? Ja, dass ich... Dass ich bei dir machen würde. Was? Dass ich jemandem verraten würde. Ja, hast du aber gerade gemacht. Verkauft. Ja, das Problem ist, ich werde auch nie alleine gelassen, Mann. Es ist auch richtig geil, gerade hier so in dem Geister-Chat, so wie der einfach seinen Kollegen verrät, voll der Verräter, dann deine... Ja, ist auch so. Der hat mich einfach verraten. Es ist so geil, du bist gerade, du bist hier gerade richtig alle gemacht, Karn. Ja, ich weiß. Eiskalt, Eiskalt, Karn. Nein! Jawohl. Es ist unfassbar. Ich bin auch noch der Imposter. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ist das schön. Es war die schlechteste Imposter-Runde jemals. Und es tut mir leid, dass ich Grün verraten muss. Es tut mir wirklich leid. Es war wirklich... Ich gebe es zu, es war die schlechteste Runde. Was wirklich? Also es war eine Danja-Runde. Naja, so schlecht hab ich, glaub ich, jetzt auch noch nicht gespielt. Doch, doch. Nächste Runde. Ich sag, wie es ist. Es war wirklich sehr, sehr schlecht, Danja, von mir gerade. Ich glaube, ich hätte auch wenden sollen. Aber ich wollte dich halt in dieser Runde noch drinnen haben. Wirklich, ich wollte dich noch drinnen haben, damit du das halt... Damit du die Chance auch... Also damit du die Chance hast, mich zu verraten oder auch nicht. Ich wollte wirklich, dass du mitspielst. Das ist mein Ernst. Ja, es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm, Leute. Auch, äh, wenn mein Among Us Skin super schön ist, es war keine gute Runde. Ich kann jetzt nicht nochmal Imposter sein, bitte. Danke. Okay, ich bin wieder Crewmate. Ja, Leute, der Crewmate-Fluch, der haftet auf mir. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Oh, das ist ja ein gutes Versteck. Wieso, Mann? Double, ich wusste es. Ich wusste es, Double. Ich wusste es. Ja, danke. Danke für gar nichts. Dass es dich jetzt erwischt hat, ist natürlich traurig. Ich hab... Ich kann... Melfan saven. Hm. Also, wenn Mr. Glob gesaved ist, dann Melfan ist gesaved. Mr. Glob, Melfan, dann wird Ordinary wahrscheinlich auch safe sein. Du kannst eigentlich nur Evelyn. Mhm. Das ist schon mal gut. Gut. Und Hexe selber sein. Also, das erste Mal, dass Danja eine super Conclusion hat. Super. Rest in Peace, ja. Oder? Vielleicht Hexe. Hexe ist ziemlich gut immer. Irgendwer hat mich schon wieder gevotet, einfach so. Ja, gut. Wundert tut es mich jetzt nicht. Wir bekommen halt immer Worts von euch ab. Also bitte? Also, ja, nicht immer. Aber fast immer. So, dann mach ich mal hier meine Task. Okay, ich geh dann jetzt erst mal nach unten und mach hier meine Task noch zu Ende. Dann hab ich nämlich ein bisschen... Dann kann ich mich ein bisschen bewegen. Okay. Also, ihr macht das eigentlich ziemlich gut. Ihr immer zu zweit am Rumlaufen, das ist schon was Gutes. Ja, das ist schon gut. Doch, ihr spielt das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ihr habt auch die böse Hexe erwischt. Aber Danja ist eigentlich auf einem guten Weg. Also, könnte sein, dass Danja das vielleicht rausbekommt. So, aber ich bin jetzt fertig mit Tasks. Das heißt, ich kann jetzt hier mal ein bisschen gucken gehen. Ja, sehr gut. Also, ich hab ja vorhin gesagt, es könnten Ordinary Böse Hexe sein. Oder Evelyn. Und Jana. Komm, Danja. Jetzt bleib mal dran. Jetzt bleib mal dran. Also, eigentlich... Eigentlich Evelyn. Aber wer ist denn der Zweite? Hattest du doch gerade schon... Keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig war. Ja, sehr gut. Sehr gut, Danja. Hey, Danja spielt das heute sehr, sehr gut. Muss ich mal sagen. Uff. Sehr gut. Kann natürlich jetzt sein, dass Danja erwischt wird. Also, bleiben wir mal bei Jana. Ich glaub, sie wird Danja suchen. Hab ich das Gefühl. Mann. Aber sie ist jetzt halt die ganze Zeit alleine. Das ist halt immer ein bisschen sass. Das ist schon etwas sass. Ich will hier durch. Hallo. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Okay. Ich glaub, die Lichter sind jetzt aus. Jetzt sind sie wieder an. Und alle sind so da. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig an dem Punkt, wo wir hier sind, ne? Ich geh jetzt nochmal eine Runde rum, aber wenn da noch nichts passiert ist, dann mach ich mal die Emergency. Ja, alleine ist halt schwierig. Es ist schwierig. Nee, also hier passiert gerade gar nichts. Keiner will sich halt auch so richtig verdächtig machen. Na doch nicht. Okay. Okay. Gut. Das war, das war gar nicht so schlecht. Leute, genau. Bitte macht eure Task. Ich mach jetzt mal hier ein Emergency. Also. Wir müssen jetzt hier mal, wir müssen jetzt mal vorankommen. Okay, Daniel. Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob du in der richtigen Richtung bist. Ja gut, das ist jetzt so eine Frage dann, ja. Wer macht seine Tasks ja nicht fertig, Leute. Ja, sorry. Also, wenn du, wenn du aus dem Grund jetzt Emergency Meeting machst, also sorry. Das bringt ja überhaupt nichts. Das ist wieder ganz schlecht. Ich komme nämlich jetzt echt nicht voran. Das ist wieder ganz schlecht. Ich. Eigentlich warst du gut dabei. Ja, super. Super. Super, Daniel. Ist nur so ein Gefühl. Ja, ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber. Okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Mr. Glob ist. Jana kann halt auch gut sein, weil die war sehr schnell immer bei den, bei Alec. Ja. Och, dann ja. Ja, super. Stark, dann ja, stark. Also, ich muss sagen, zum Zweiten haben die das. Aber warum voten die denn jetzt alle gegen mich? Ja, aber, sorry, ich muss noch sagen, also ich hab das auch gerade gesagt, das Emergency Meeting diesmal von dir, du hast bis jetzt gerade sehr, sehr stark gespielt. Das war wieder sehr, sehr schwach. Dass du einfach. Nee, ich hab ja gesagt, ich hab ja gesagt. Ja, aber du machst ein Emergency Meeting und sagst, ja, macht eure Task. Ja, das bringt ja überhaupt nichts, wenn du keine wirkliche Vermutung hast. Natürlich bringt das was. Ich wollte mal hier ein bisschen. Ja, aber das, ja, sorry, du sagst, macht eure Task. Dann schreiben einfach alle, ja, bin fertig. Ja, aber Kahn, jetzt mal ernsthaft. Willst du jetzt hier ein Video haben, wie ich hier fünf Stunden lang durch die Among Us Map renne? Ja, aber trotzdem. Das müsst ihr mal vorangehen auch. Ja, aber da kannst du zumindest schreiben, hey, ich glaube direkt, das ist diese oder diese Person. Ja, ich hab doch reingeschrieben, ich glaube, das ist diese Person. Das hat ein bisschen gedauert, das war halt das Problem. Ach, so ein Quatsch, jetzt hör mal nicht zu heulen. Ich hab das da reingeschrieben. Dann ja, sorry, aber du wurdest rausgevotet, also hast du deinen Job nicht wirklich gut gemacht. Ja, warum auch immer, von wem auch immer. Ja. Jana hat mich natürlich self-gevotet und wahrscheinlich Pearl Crown, aber keine Ahnung, wer die dritte Person war. Tja, ich war es nicht. Ja, also sonst aber von den Impostern sehr gut gespielt bisher. Alleine ist halt jetzt sehr, sehr schwierig. Und es gibt halt immer wieder Leute, die ihre Task nicht machen. Ja, es kann ja auch mal sein, man vergisst das oder so. Ja, aber also, wenn ich jetzt gucke, wer alles in der Runde drin ist, dann weiß ich, hey, eigentlich müssten das alle wissen. Ja, das ist halt das Problem, man wird dann halt so ein bisschen ängstlich. Und deshalb passiert halt auch nicht mehr so viel, leider. Ja. Deshalb hab ich ein Emergency Meeting ausgerufen. Ja, ja, also wärst du direkt auf Jana. Nee, auch das hätte nicht funktioniert. Wärst du direkt auf Jana gegangen, ich glaube, dann hätte es funktioniert. Ja, aber ich hatte halt eher Pearl Crown im Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Das war eher mein Gefühl. Also jetzt müsste es eigentlich klar sein. Also sonst krieg ich jetzt gleich die Krise. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hm. Ja, das wird jetzt etwas, ja, für eine Zeit, aber jetzt gerade nicht. Ja, es wird jetzt schwierig für Mr. Glob. Also bisher brauchten wir uns ja noch gar nicht die Wahrheit sagen, weil entweder wurdest du erwischt oder ich. Oh, guck mal. Da hat jemand ein gutes Gedächtnis. Ja, ja, ja. Ja, stark. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass eine Person nicht votet und genau das passiert. Ja, das war es wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich ja eigentlich nur noch. Das kann er jetzt eigentlich einfach erwischen, oder? Dann ist doch Ende Gelände. Ja, eigentlich schon. So. Ja. Ja, sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt, muss man sagen. Das war eine sehr, sehr starke Runde. Okay, Daniel, letzte Runde auf der neuen Map. Für dich zur Info, Daniel, letzte Runde spielen wir auch mit Shapeshifter. Yes. Okay, let's go. Letzte Runde, wo wir uns die Wahrheit sagen müssen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, eine Runde gemeinsam zu überleben. Ja, mal sehen, ey. Och, Mann. Ich kriege zu viel, ehrlich. Ja, das ist eine Wahrheit, die kann ich auf jeden Fall mit Karte teilen. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht, wie ich das hier machen soll, Mann. Ich weiß es doch einfach nicht. Huch. Nö. Sehe ich anders aus. Bisschen Fitty Fitness hier gemacht. Jetzt gehe ich einen Stock einsammeln. Und einen Marshmallow braten. Okay, Daniel, ich muss hier was beichten. Du bist Imposter. Das war mein Kill. Ja, super. Ey, wieso machst du das? Natürlich. Wieso? Warum soll ich dich denn jetzt hier retten? Am Ende fliege ich jetzt einfach noch raus dafür, ich schwöre. Ich schreibe aber nur K an was. Ich schreibe keine Begründung. Ja, gut, da kann ich jetzt ein. Also vielleicht glauben die ja das. Okay. Also es gibt hier eine vernünftige Diskussion. Und wir beide sind einfach nur da, um zu nerven. Vielleicht, komm, bitte skip. Bitte, bitte skip alle. Bitte. Bitte. Kannst du mir, kannst du mir, kannst, kannst du mir sagen, wer mit dir zusammenpasst? Junge, ey, ganz ehrlich, ich raff es nicht. Die lernen aber auch alle nicht daraus. Die wollen alle nicht. Ehrlich, was soll denn das? Warum glaubt mir denn einfach keiner? Alter, das ist doch nicht zu fassen. Kommt Kahn um die Ecke. Irgendso ein Dude erzählt irgendwas und natürlich wird ihm sofort geglaubt. Aber ich bin da nicht glaubwürdig oder was? Schlimm. Schlimm. Und, warst du das auch, Kahn? Ich war doch die ganze Zeit bei dir. Du warst nicht bei mir. Natürlich. Evelyn war gerade bei mir, auf mich zu guestleiten. Och, Dania, wir müssen doch die Wahrheit sagen. Verstehst du es nicht? Ja. Wer ist denn mit dir zusammen, Imposter? Das muss ich dir nicht sagen. Doch. Nein, das sage ich nicht. Sag doch jetzt. Nö, das gehört nicht zum Deal. Ey, dass du das aber auch so ausnutzt, ne? Voll. Ja, komm, jetzt save dich Evelyn noch. Save Evelyn dich noch. Ist Evelyn die zweite Imposterin? Vielleicht. Das ist ja nicht gelogen. Was? Ja, vielleicht. Nichts gibt. Wenn ich jetzt rausgevotet... Ich kann das alles nicht mehr. Also, ich sag's dir, wie es ist. Wenn ich jetzt rausgevotet werde, dann wäre ich nur aus Prinzip rausgevotet. Ich schwör, ich kann das alles nicht mehr. Ja, aber dass du das so... Ich kann das alles nicht mehr. Dann ja, Mann! Dass du das so ausnutzt, Mann! Ey, wirklich. Alter Vater. Ehrlich, ich find das richtig frech von dir. Dass du das nicht gemacht hättest. Ich schwör, ich hätte das nicht gemacht. Zumindest nicht bis zur letzten Runde. Ja, ach komm. Du hast doch gesagt, ich kann mir aussuchen, ob ich das sagen will oder nicht. Ja, aber das... Guck mal, ich... Warum machst du das denn? Und guck mal, du bist ja sogar bis Runde 2 gekommen, obwohl ich's gesagt hab. Ich hätte dich eigentlich auch gekillt. Obwohl ich es gesagt hab. Ich hätte dich eigentlich auch gekillt, wenn wir alleine wären. Ja, hättest du mich mal gekillt, dann hätte ich dich nicht verraten können. Was soll ich jetzt dazu sagen kann? Ja, toll dann. Ja, vielen Dank. Ehrlich. Alter, Evelin verfolgt mich hier mit diesen komischen Rauchdingern, Alter. Wie ist denn das? Oder bist du das? Ich kann das doch gar nicht machen. Keine Ahnung, ich hab das noch nie gemacht. Als Geist geht das nicht. Also ich würd's gerne, aber es geht nicht. Das ist gleich vorbei. Was muss ich denn hier machen? Ja, super. Weißt du, auch wenn wir die Runde jetzt verlieren, Hauptsache es hat dich jetzt noch erwischt. Ja, das war mir schon klar. Okay, jetzt ist die Frage. Wem wird jetzt geglaubt? Weil, ich hab ja grad Evelin gesaved, eigentlich ist das gut, weil dann glauben die Leute vielleicht, ja, aber auch wenn, dann ist halt danach Schluss. Ey, Danja, ehrlich, ich find das richtig unfair von dir. Das ist deine eigene Challenge. Ja, aber du hättest zumindest warten können. Hör auf zu heulen. Ja, aber du machst, diese ganze Challenge machst du kaputt. Was mach ich denn da dran kaputt? Ehrlich, ey. Du hättest doch genauso gut auf mich gehen können. Och, Mann, ich hab doch auch, Mann, Leute. Ehrlich, das ist richtig unfair, wie ihr spielt. Ich sag's, wie es ist. Jetzt sind direkt alle unfair. Alle sind unfair. Ja, aber sorry, du hättest auch ein bisschen warten können, jetzt ganz ehrlich. Ja, aber sorry, echt mal. Das hätt ich mal machen können. Nee, hätt ich nicht. Ich bin ein gutes Crewmate. Ja, sorry, das ist eine Challenge. Im Gegensatz zu dir, im Gegensatz zu dir, verrate ich meine Crewmates nicht. Na ja, toll, das war's. Danke, danke, Danja. Du bist dran schuld, dass wir diese Runde verloren haben. Danke, danke für gar nichts. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Jetzt hab ich schlechte Laune. Tschüss. Und das ist das Einzige, was du in den Chat schreiben darfst. Claudio ist es. Ah, sehr gut. Das Beste wäre, wenn Claudio und ich es bin. Das wäre das Beste. Ja! Ja! Ich schwöre, das ist die beste Runde. Ja! Es ist die beste Challenge. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu Among Us und herzlich willkommen zu einer neuen Among Us Challenge mit Claudio, Danja und mir. Wir sind heute zu dritt. Und bevor wir jetzt starten, Danja, Claudio, wir machen heute eine Wenn-ich-du-wäre-Challenge bei Among Us. Okay, finde ich gut. Die erste Aufgabe stelle ich Claudio. Claudio stellt sie Danja und Danja stellt sie mir. Okay. Pro Runde sozusagen eine große Aufgabe, wenn ich du wäre. Claudio, wenn ich du wäre, würde ich, wenn ich Imposter wäre, kein Kill machen, keine Sabotage und ich würde nur in Admin bleiben, wenn ich Imposter wäre. Okay. Claudio, wie sieht deine Aufgabe für Danja aus, wenn ich du wäre? Danja, wenn ich du wäre, würde ich Claudio in der nächsten Runde in Schutz nehmen, egal ob man Imposter ist oder nicht. Kahn, wenn ich du wäre, würde ich die ganze Zeit in den Chat schreiben. Das ist das Einzige, was du in den Chat schreiben darfst. Claudio ist es. Ah! Sehr gut. Ich habe genau daran gedacht, Danja, das gibt es nicht. Aber muss ich was reinschreiben oder kann ich? Nein, du musst das reinschreiben. Also wenn ich was, okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall was reinschreiben. Ja. Also du musst nicht spammen, aber du kannst davon zuschreiben so. Claudio ist es. Und dann nehme ich in Schutz und ja, es wäre so lustig, wenn ich der Imposter bin. Es wäre so lustig. Das Beste wäre, wenn Claudio und ich es bin. Das wäre das Beste. Ja! Ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Ich bin es wirklich. Das ist unfassbar gerade. Dass das gerade passiert ist. Ehrlich. Als hätte mich Among Us gehört. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als hätte mich Among Us gehört. Freunde, falls ihr das Video jetzt seht und euch fragt, warum... Ach, ein Vulkan hat es doch gerade erklärt. Ich brauche es doch gar nicht nochmal erklären. Ja. Das ist richtiger Feld. Ich darf jetzt keine Sabotage, ich darf nichts machen, ne? Ich darf jetzt... Also ich muss jetzt die Runde so spielen, als wäre ich ein Crewmate. Wow. Also ich bin ein Imposter, ich darf jetzt nichts machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur rumlaufen. Ich würde halt Claudio auch ganz gerne mal finden, damit ich ihn halt saven kann. Am Ende hängt er die ganze Zeit jetzt an irgendeinem Van drum. Das wäre es jetzt einfach noch. Der ist es tatsächlich dann auch wirklich noch. Ja gut, Freunde, dann trinke ich meinen Cappuccino und warte einfach, bis irgendwas passiert. Claudio macht aber was falsch. Weil Claudio sollte eigentlich nur ein Admin bleiben, das macht er aber gerade nicht. Ich muss ihn jetzt natürlich alleine irgendwo kriegen. Also das hat jetzt gedauert, bis hier was passiert ist. Ich würde auch gerade sagen, es hat echt lange gedauert. Das hat wirklich lange gedauert. Muss ich das jetzt wirklich schreiben? Ja. Ja, schreib Claudio ist es. Daniel schreibt also Claudio safe. Claudio ist es. Hä? Du darfst doch nur Claudio safe schreiben. Warum machst du jetzt nein? Nein, ich muss schreiben, ich muss Claudio verteidigen. Ja, genau. Da hat sie recht. Ich muss Claudio um jeden Preis verteidigen, hat er gesagt. Ja, was soll das denn? Weil ich Claudio toll finde, ist er nicht sass. Aber ja, kann. Aber das ist halt das Spiel. Claudio ist es. Ich bin es. Ja, okay. Ich sag dir, Challenge. Ey, ganz ehrlich, ich skipp einfach, weil. Irgendwie haben wir so ein, ähm. Ja, so ein Dreier gespannt. Wir können eigentlich alle drei nicht rausgehen. Obwohl, ach, Danja kann rausgekommen. Werden und Kahn auch. Aber also von uns. Wir können uns ja nicht beschuldigen. Danja muss mich auch in Schutz nehmen. Das heißt, selbst wenn ich Imposter wäre, Danja muss mich in Schutz nehmen. Dass Kahn extra Claudio ist. Und dann macht Lina hier den Wurf und sagt, nein, das sind Danja und Claudio. Es ist doch Claudio. Ich schreibe es doch. Claudio ist es. Er ist es nicht. Ich muss es ja schreiben, Mann. Es ist so blöd. Ich weiß nicht, was die Poster gemacht haben, aber wir sind jetzt fertig mit den Tasks. Mit den Aufgaben. So, das heißt, äh, ja. Ja, noch sind wir nicht fertig. Danja, du musst skippen. Komm, dann spielen wir weiter. Ich hab doch geskippt. Hä? Ich dachte, ich hab geskippt. Hast du nicht? Du bist die Einzige, die nicht gewartet hat. Ah, Entschuldigung. Wir warten alle gerade auf dich. Toll, Digga. Alles gut. Ich bleib, Daniel, ich bin jetzt fertig mit meinen Aufgaben schon. Soll ich bei dir bleiben, oder? Ja, bleib mal bei mir. Ich bin halt auch fertig. Ich darf nichts sabotieren. Ich darf keinen Kill machen. Ich darf gar nichts machen. Aber wisst ihr was? Ich darf die Leitz, äh, ein bisschen kaputt machen. Ganz ehrlich, das mach ich jetzt auch. Ich darf ja ein bisschen hier trollen. Das darf ich ja, ne? Ich darf ja trollen. Es wurde nur gesagt, ich darf nichts sabotieren, aber ich darf trollen. Die sind ziemlich sicher alle nicht. Ach, so ein riesen Stack und keiner macht was. Kan, du weißt schon, dass ich mit Claudio schreibe. Kan, du weißt, du musst schreiben, es ist Claudio, ne? Ja, ich weiß, aber ich will dich jetzt raushaben. Wenn's jetzt schon so ist, dann muss ich das jetzt auch hier glaubwürdig mal machen. Ah, ich wollte, die Hexe, die Hexe ist mir ein bisschen, äh, suspekt. Hey, wieso wurde mein Banner nicht angenommen? Ich hab mir extra so ein Banner geholt. Was soll das denn? Frech. Es wär halt jetzt wirklich witzig, wenn Claudius wirklich wäre. Ja, das wär witzig, weil ich ja wirklich dann nichts machen dürfte. Ich dürfte niemanden erwischen. Ich dürfte, äh, keine Sabotage machen, aber da Sabotage gemacht wurden, bin ich jetzt nicht. Ja, aber es ist ja noch ein zweiter Imposter. Ja, stimmt, hast du recht. Am Ende bist du's halt einfach wirklich, es wär so lustig. Das wär echt lustig. Das ist, ey, das ist, das ist die beste Runde. Ich schwöre, das ist die beste Runde. Kahn, du musst irgendetwas machen, Kahn. Ich darf doch keine Kills machen. Das heißt, wieso... Du hast mir die Aufgabe gegeben, dass ich keine Kills machen darf als Imposter. Ich darf auch nichts anderes machen. Und du machst nichts. Ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Was ist jetzt los? Jetzt wird's aber echt langsam. Was ist denn hier los die ganze Zeit mit den Emergencies? Haben wir das so geworfen, damit ich mich geworfen kann? Nein, 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 du darfst nicht schreiben, du darfst mich nur in Schutz nehmen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, das ist aber nicht Teil deiner Aufgabe. Daniel, du darfst mich nur in Schutz nehmen. Ja, sorry. Dann darf ich jetzt auch was schreiben. Warum? Ich würde Kahn wollen, weil da Claudio saß. Ja, aber du darfst mich nur schützen. Aber es hieß doch nicht, dass ich nichts anderes... Doch, doch, ja, doch. Ich muss nur in Schutz nehmen. Ja, aber du saßt mich. Das ist ja nicht Claudio in Schutz nehmen. Du darfst Claudio nur in Schutz nehmen. Nur in Schutz nehmen, nichts anderes. Och Leute, was ist denn, ey? Ja, jetzt habe ich kein Emergency Meeting mehr. Die Imposter sollen sich ja irgendwas machen. Mani, bitte. Können wir nicht einfach Claudio rauswoten? Kahn, bitte erwisch jemanden. Ich werde jetzt so lange die Lights auslassen. So. Wie oft hast du einen Schatten, dass man Emergency Button drücken darf, Kahn? Weiß ich nicht. Jedes Mal, wenn er stehen bleibt, gehen Lights aus. Wenn jetzt Hexe wüsste, wenn jetzt Hexe wüsste, dass zum Beispiel ich eine Challenge habe, wo ich nichts sabotieren darf. Das ist lustig, oder Hexe? Das wäre lustig. Daniel, voten. Daniel, voten einfach die Hexe. Vote die Hexe, dann ist die raus. Weil ich verstehe nicht, warum du mich die ganze Zeit hast. Claudio ist es. Ja, endlich. So, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ey, wenn es jetzt natürlich Crewmate ist, dann bin ich direkt raus. Was ist das wirklich so? Nein, ich bin es wirklich. Was? Was? Ja, was, was? Ich darf doch nichts machen wegen deiner super, teile Challenge. Das ist die beste Challenge. Okay, ich habe ein hässliches Foto von Claudio gedingst. Meine Güte. Ich darf auch nicht, guck mal, ich darf immer noch nicht sabotieren. Das ist eigentlich so eine... Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wisst ihr, warum? Weil jetzt gewinnt Carl nicht, aber die Challenge ist ihm gelungen. Okay, Carl, aber es wäre cooler gewesen, wenn du die andere Person erwischt hättest. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich direkt hinterhergekickt. Ey, was? Ja, wahrscheinlich. Ja! Oh, wie schön. Oh, wie schön. Wie schön. Was für eine schöne Challenge. Was für eine schöne Challenge. Was ist das bitte auch schon wieder? Ich könnte gleich heulen. Ehrlich, ich könnte heulen. Ey, aber ich muss mal sagen können, was ist das denn jetzt bitte für dramaturgisches Glück, was du hast? Dass es jetzt einfach Claudio ist. Es ist nicht zu fassen. Es ist unfassbar. Ehrlich, ich könnte heulen. Daniel, du musst mich immer noch in Schutz nehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Challenge ist doch nicht vorbei. Ich habe doch geschrieben, aber er hat nichts gemacht. Das wollte er noch von mir. Raus. Danja. Danja ist raus. Danja, jetzt macht jemand nicht auf stumm und guck mal, wer der zweite Imposter ist. Guck einfach mal schön. Das ist die perfekte Runde. Alter, es ist einfach Khan. So, Danja. So, Danja. Khan ist der zweite Imposter. Das ist absolut richtig, Danja. Ey, wirklich, was ist denn das? Aber warum machst du denn nichts, Khan? Ich darf nicht sabotieren, ich darf keinen Kill machen, ich darf nichts machen. Warum macht Khan nichts? Das habe ich mich auch gefangen. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber ich muss ja erst mal dafür sorgen, dass Claudio irgendwie raus ist. Das Problem ist, Claudio, du hast deine Challenge falsch gemacht. Weil ich habe gesagt, wenn ich du wäre, als Imposter, würde ich auch nur ein Admin bleiben. Und das bist du nicht. Ach so, das habe ich vergessen, sorry. Das habe ich vergessen mit Admin. Hättest du mir sagen können. Das habe ich aber auch nicht gehört. Das Problem ist, alle laufen jetzt wieder gemeinsam rum. Das sind ja auch irgendwie zwei Aufgaben, die du ihm gegeben hast. Also, es ist nicht vom Fleck zu bewegen. Ja, das ist ja irgendwie schon ein bisschen zu viel. Nee, das sind drei, Danja. Ich darf niemanden erwischen. Ich darf keine Sabotage machen. Ich darf nur ein Admin bleiben. Drei Aufgaben. Wie bitte? Aber Khan, du hättest echt niemanden erwischen können die ganze Zeit. Nee. Khan spielt einfach heute Imposter als Crewmate. Ja, ich habe keine Chance mehr. Selbst gewählt. Sag einfach irgendwo anders, Khan. Ich glaube, die Bösehexe hat es gar nicht gesehen. Ja, aber ich darf ja nur Claudio ist es schreiben. Ach so. Oh mein Gott, Karl hat es doch gesehen. Khan ist es. Oder Claudio war es, ne? Ja, ich glaube, jetzt werde ich rausgewartet. Tja, Khan. Also, wenn ich jetzt auf Hexe gegangen wäre, dann wäre es gut. Mhm. Aber ich kann jetzt halt, ja, ich kann es halt jetzt nicht schreiben. Das halt wird. Aber es war die perfekte Runde. Es ist die... Ja, hättest du wenigstens ein paar Leute. Ja, wir standen, wäre es die perfekte Runde gewesen. Ja, aber das Problem ist, Claudio, alle laufen zusammen rum. Khan, ich bin ganz ehrlich, du hast wirklich genug Zeit, andere Leute zu erwischen. Claudio, sei mal ruhig. Du tust, als wärst du voll der gute Imposter. Sei du mal ganz ruhig. Ich habe gerade wegen der Challenge verloren, weil ich keine Sabotage machen durfte, weil ich niemanden erwischen durfte. Claudio, auch wenn nicht, bist du nicht der beste Imposter. Ach so. Aber besser als du auf jeden Fall. Ja, ich glaube, jetzt komme ich raus. Das ist aber nicht schlimm, weil es hat geklappt. Es war wunderbar. Es war wunderbar. Was sagst du dazu, Daniel? Dass einfach niemanden erwischt hat so lange? Ist schon ein bisschen schlecht, oder? Ja, finde ich. Finde ich sehr schlecht. Ja, kann sein. Also, kann sein, aber ich bin zufrieden. Also, dass in der ersten Runde, wo es um Claudio als Imposter geht, sozusagen genau wir beide Imposter werden Claudio, es ist fabelhaft. Das fand ich auch lustig. Ich dachte mir, wir gewinnen die Runde, weil ich wusste, dass du eigentlich die Leute schnell erwischt. Dachte mir, okay, das wird eine gute Runde. Ja, okay, das ist vorbei. Ja, dann fliege ich raus irgendwann und dann hättest du alle erwischt. Ist vorbei, schade. Schade, schade, schade. Man darf eine Aufgabe nicht zweimal stellen, danke. Ja, aber war schon sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, war sehr witzig. An dieser Stelle, liebe Grüße an die Hexe, du hast geschrieben, Claudio ist sass, weil er jedes Mal stehen bleibt, wenn eine Sabotage gemacht wird. Ich hab nicht einmal sabotiert. Okay, ähm, Danja, jetzt mach ich für dich, du für Claudio und Claudio für mich. Kahn, lass mich überlegen. Egal, ob du Imposter oder Crewmate bist, wenn du eine Aufgabe machst oder fakest, machst du die Aufgabe zehn Sekunden länger, als sie braucht. Okay, alles klar. Äh, Danja, wenn ich du wäre und Crewmate wäre, würde ich trotzdem immer sass auf dem Van stehen und immer sozusagen vom Van weglaufen. Immer kurz auf dem Van und dann, wenn jemand kommt, davon weglaufen. Darf ich aber auch Aufgaben machen? Ja, ja, darfst du. Aber sonst musst du auch zu den Vans immer wieder laufen, wenn du welche siehst. Oder du weißt ja, wo sie sind. Claudio, jetzt schreib das doch nicht da rein, dass du das nicht durftest. Ach so. Oh, Danja, jetzt, Danja. Ja, Danja, mach jetzt, gib mir eine Aufgabe. Danja. Äh, Claudio, wenn ich du wäre, wenn ich du wäre, würde ich, würde ich die ganze Zeit Kahn hinterherlaufen und denen nicht ein einziges Mal in Ruhe lassen. Okay. Aber wenn die Leidens auch sind, sehe ich ihn ja nicht. Ja, läufst du ihm hinterher. Okay, ich bin Imposter und Danja. Ah, nein, verdammt. Verdammt, wie schlecht. Nein. Okay, ich bin Crewmate, das heißt, easy. Nee, ich brauche mir keine Sorgen noch. Kahn, was war nochmal meine Aufgabe? Ich habe es vergessen. Nein. Claudio, ehrlich, also, sorry. Sag mal. Meine Aufgabe war für Danja. Danja, was war meine Aufgabe? Ey, sag mal, sie hat doch gerade gesagt, du sollst bei mir bleiben. Ja, okay, stimmt, stimmt. Okay, Kahn, ja, ich bin doch bei dir. Was ist denn los mit euch? Ja, los, lauf, los, Kahn. Ich kann das alles nicht mehr. Unfassbar. Okay, ich mache meine Task. Jetzt warte ich nochmal ein paar Sekunden. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, komm mal mit, Claudio. Claudio, komm mit. Wie ist das denn jetzt? Claudio, du sollst mir folgen. Kahn, die Lights sind da aus. Wie soll ich dir denn folgen? Ja, aber du bist extra abgehauen. Du bist extra abgehauen. Nein, ich dachte, du gehst zu den Lights. Doch, ich habe dich doch wieder gesehen und dann bist du zur anderen Seite extra wieder abgehauen. Ich bin stehen geblieben, weil ich wissen wollte, wo du kommst. Also, wo du hingehst. Doch, ich bin wirklich stehen geblieben. Aber Chat, das können wir ganz normal schreiben, ne? Nur zur Info. Wir haben ja keine Chat-Aufgabe gestellt. Aber das ist jetzt auch Sass. In der ersten Runde Sass sind wir uns und jetzt sind wir safe. Äh, wo war... Ich habe gar nichts draufgepasst. Wo, bei Shields? Äh, Kahn, wir waren doch gerade bei Shields. Nee. Nee, nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wir waren nur Weapons. Nein, nein, Quatsch. Daniel, ja, Voten kannst du trotzdem. Ja. Entschuldigung, ich vergesse das immer. Oder Skippen. Es tut mir leid. Ja, ich habe geskippt. Aha, böse Hexe und Daniel wurden gewautet. Das ist interessant. Kahn. Bitte nicht zu schnell. Kahn, wo läufst du hin? Die Lights sind da aus. Sag mal, zu den Lights. Okay. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ich darf, ich darf theoretisch was anderes machen, ja, aber... Ach ja, ich muss ja auch an meine Aufgabe denken. Obwohl ich eigentlich meine Aufgabe ja nicht mal wirklich machen muss. Ich bin ja kein, äh, ich bin ja kein Crewmate. Und Kahn hat das ja eigentlich an die Bedingungen geknüpft, dass ich Crewmate bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich muss Kahn verfolgen. Daniel, du hast die schöne Aufgabe, dass du die Leute erwischen musst. Machen wir die Lights für dich wieder aus. Daniel, bitte erwisch doch jemanden. Claudio, bist du jetzt schon wieder? Ich glaube, Claudio ist wieder Imposter, aber darf mich nicht killen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das wäre zu sass. Und er wartet bis zur letzten Runde. Ja, Kahn ist es auf jeden Fall nicht. Oh, Daniel, bist du es? Ich hab auch ein bisschen... Obwohl, warte, du bist ja... Was denn, Kahn? Ja, Daniel kommt ja immer wieder vom Vans. Also, kann ja sein, dass sie gesasst wird. Okay, Daniel ist rausgegangen. Oh, Daniel ist raus. Daniel hat kein Internet. Ja, okay, sie hat auch... Ja, okay, doch. Oh, sie war es halt wirklich. Ja, du bist raus. War es, du es? Oh, Alter. Ja, es ist... Ja, ich war es. Und es ist auch einfach so furchtbar. Es ist so furchtbar. Da bin ich es mal und mein Internet ist so verdammt schlecht. Aber du wurdest auch gesasst. Du wurdest auch gesasst schon. Ich hab das noch gesehen und dann bin ich ja rausgeflogen. Und ich dachte mir jetzt so, jetzt denken die, ich bin geragequitted. Ja, schön. Also, bisher passen die, wenn nicht du wäre, Challenges. Perfekt heute. Kahn, aber du musst zehn Sekunden länger in der Aufgabe bleiben. Was machst du da? Ja, das vergisst du. Könnt ihr euch wieder mal muten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, dann macht ihr immer eure Tasks, bitte. Guck mal, Claudio macht keine Tasks. Das ist das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn erwischen darf oder nicht. Oh. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, Kahn. Ich wusste es, weil... Weißt du warum? Ja, warum? Ich wusste jetzt nicht, ob ich dich erwischen darf kann. Deswegen, ich sollte dich ja nur verfolgen. Und ich musste dich verfolgen. Ich wusste nicht, ob ich dich da erwischen darf. Weißt du was? Ich hab das gerade gesagt. Ich hätte dich auch gesasst, weil... Weil, sag mal schnell. Die Tasks sind ja schon fast durch und du hast keine gemacht. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das stimmt, aber die Aufgabe war halt ein bisschen schwierig. Du musst dich halt verfolgen. Ich wusste halt nicht, ob ich dich erwischen darf. Ich hab wahrscheinlich als letzter übergelassen. Als letzter. Wie bitte? Let's go! Ja, was soll ich denn machen? Ist das gut, ey. Zweite Runde, Claudio und Tanja. Und es ist perfekt. Es ist perfekt. Ich schwör euch. Das ist das perfekte Video. Es ist perfekt. Also bisher alles perfekt. Besser geht es nicht. Das sind halt die Aufgaben. Ich muss dich verfolgen. Aber, Kahn, deine Aufgabe hast du nicht ganz souverän absolutiert, ne? Bin ich ehrlich zu dir? Ja, ein, zwei Mal hab ich's vergessen. Ah, ein, zwei Mal? Sagen wir mal drei, drei Mal. Mal nur, sonst hab ich immer gezählt bis zehn. Ne, in den ersten Runden hab ich auch schon drauf. Aber ist nicht schlimm, komm, Kahn. Ja, Claudio, komm. Komm, nur weil du dir verloren hast. Guck mal, das ist auch ein bisschen schade, dass wir diese Challenge machen. Zweimal ist Claudio im Poster. Ja. Ne, ich dachte, vielleicht würde ich die Hexe sassen, Kahn. Ich dachte, vielleicht würde ich die Hexe sassen. Aber ne, die Hexe ist ja nur bei Claudio. Also nur Claudio sass bei ihr. Wenn Kahn zehn Sekunden länger an zwei Aufgaben bleibt. Aus dem Grund hast du die Hexe wahrscheinlich auch erwischt. Weil, wirklich, das hab ich wirklich gemacht. Weil ich dachte so, ey, Kahn ist zehn Sekunden länger an Aufgabe. Aber du sagst nichts. Aber bei Claudio, wenn ich drei Sekunden länger dran bin. Okay, letzte Runde. Noch einmal sozusagen erste Runde. Claudio, wenn ich du wäre, würde ich die ganze Zeit an den Camps bleiben. Danja, du darfst dich, wenn die Runde immer beginnt, also wenn das Meeting dann immer zu Ende ist, darfst du dich immer nur für eine Seite entscheiden. Also links oder rechts. Und du darfst nur dort bleiben. Für dich ist es tabu dann, sprich, ja. Also in der Mitte ist einfach so eine Grenze. Ja, okay. Okay, Danja, du für mich noch? Kahn, du darfst nur zwei Tasks machen. Okay. Kahn, Kahn, was soll ich noch mal machen? Ich hab's vergessen. Claudio, ich sag's nicht noch mal. Sag mal bitte. Du darfst nur an den Camps stehen, Mann. Danke, danke. Du musst aber nicht an die Camps immer ran. Du kannst auch in dem Raum da ein bisschen bleiben. Also, ich bin zum dritten Mal im Poster. Ich glaub es nicht. Ich bin zum dritten Mal im Poster. Ich glaub es nicht. Lass mich gucken. Edmund Kahn. Ich hab eigentlich ganz Glück, dass die Hexe jetzt am Start ist, weil... Das Problem ist, ich muss verhoffen, dass Kahn oder Danja zu mir reinkommt, weil... die erwischen. Also, ich hoffe erst mal, dass Kahn oder Danja erwischt wird und dann hoffe ich, dass... Ja. Okay, Claudio, mach's deine Challenge. Ah, das war meine dritte Task. Sorry, sorry, sorry. Ja, ich mach keine mehr. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war grad so... Die Macht der Gewohnheit. Jetzt hab ich, glaub ich, wirklich alle Tasks hier auf der Seite fertig. Das heißt, jetzt muss ich warten, bis was passiert. Aber Sabotage? Ey, dreimal im Poster und dreimal die Challenge, wo ich nichts machen darf. Also, ich darf mich als Imposter nicht bewegen. Also, ich darf nichts machen. Darf ich. Ist ja keine Task. Oder? Reicht mal gleich. Och, ne, schon wieder. Schon wieder. Och, man, ich wollt grad sagen, Kahn und Danja sind safe. Äh, Claudio, kurze Frage. Wie ist das? Darf ich denn meine Tasks so in der... Also, in der Mitte so machen? Oder darf ich wirklich nur rechts und links auch Tasks machen? Was heißt in der Mitte? Na, zum Beispiel sowas wie Karte swipen oder wenn irgendwo unten so Container entleeren ist oder so. Ja, doch, das darfst du schon machen. Aber ich glaub, Aufgabe ist... Könnt ihr bitte auf den Chat gucken, danke. Aber ich glaub, Aufgabe ist nicht so relevant, weil, äh, Kahn darf ja nur zwei Aufgaben machen. Das heißt, wir werden mit den Aufgaben nicht fertig. Wir müssen den Poster rausfinden. Ja, das stimmt, aber mir ist doch uns langweilig. Äh, was, ich weiß nicht, ich hab jetzt gar nicht mitbekommen, was, äh, gesagt wurde. Ich kann nur dich, die Hexe, dann kann ich... Ja, danke, das mein ich. Ihr seid am Diskutieren, guckt doch mal in den Chat, Mann. Ja, aber Lia, Lia, Hexe hat doch geschrieben, dass es Lia war. Ehrlich? Ja, aber Lia hat davor geschrieben, dass es die Hexe war. Ja, Lia, also, ganz safe. Du hast ja auch schon gewartet. Meine Güte, Kahn, ey. Hexe ist safe, Michelle ist safe, Danja ist safe, Lara ist safe. Also, ich hab so viele Saving können, weil ich die ganze Zeit an den Camps war. Ach so, ach so, ach so. Ehrlich, ich hasse es. Manchmal, wie Claudio und Danja manchmal spielen, besonders Danja, ich krieg die Krise. Ehrlich. So, jetzt lauf ich wieder zu den Camps, ich hoffe einfach, dass Danja zu mir kommt. Ich jetzt hier kurz Karte swipen. Ich hoffe einfach, dass Danja zu mir kommt, weil... Ja, danke. ...sie dann erwischen kann. Ach, Mann. Ach, Mann, Kahn, du musst dieses Emergency Meeting ausstellen. Ja, ganz bestimmt jetzt nicht. Ja, dann musst du eigentlich Hexe sein. Du musst vielleicht weise entscheiden, Danja, weil ich darf ja nur in den Camps chillen. Das heißt, falls das Hexe jetzt auch nicht ist, musst du entweder links oder rechts dich richtig entscheiden. Und dann vielleicht, äh... Vielleicht bist es einfach du, Claudio. Könnte gut sein, aber dafür sind schon zu viele Leute erwischt worden. Danja, guck doch mal einmal in den Chat, ehrlich. Ich krieg echt die Krise. So, Hexe erstmal gewartet. Ehrlich. Es ist manchmal so, Danja so... Wie sie spielt. Yes, nice. So, wer ist es denn? Wirklich, ne? Ich bin sehr, sehr frustriert heute, weil... Claudio. Es ist Claudio. Ich darf halt for real nur in den Camps gehen. Ich darf nur in den Camps gehen. Es ist die beste Challenge jemals. Es ist das Beste, was passieren konnte. Es ist das Beste, was passieren konnte. Sehr gut. Ich darf nur in den Camps bleiben. Tut mir leid. Eigentlich musst du jetzt die ganze Zeit Kills machen und die Tür zumachen. Oh, okay, ich weiß, wer es ist, Danja. Self. Es ist die Teacups. Ich bin ab und zu aus Camps rein und raus und sie hat die, äh... Ich kann jetzt sagen, ich bin kurz an Camps rausgegangen, dann bin ich schnell wieder rangegangen und dann hat sie die erwischt. Ich schwöre, Leute. Das tut mir gerade so gut, dass... Claudio stand doch an den Bands. Nein, das ist Quatsch. Aber es ist guter Versuch. Es tut so gut, dass Claudio dreimal Impostor war und dreimal so spielen musste. Es ist fabelhaft. Das ist das Problem. Ich darf nichts machen. Ich schwöre, es ist fabelhaft. Ich kann nicht mehr, ich würde am liebsten heulen. So sehr gefällt mir diese Challenge heute. Nein, die Hexe, warum hast du dieser brutal? Also ich bin selten davon überzeugt, dass eine Challenge gut war, aber heute war sie wirklich richtig gewählt. Du kannst ja nicht wissen, dass wir eine Challenge machen. Claudio, das tut mir gar nicht leid. Irgendwer, irgendwer muss jetzt bitte die Lights fixen gehen. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich... Vorher muss er erstmal genau. So, und dann wird Danja wahrscheinlich jetzt Emergency Meeting machen und dann wird Claudio raus sein und das wird die schönste Challenge jemals. Claudio hat das gut gemacht, aber das war's, glaube ich. Ich bin es nicht. Ja, schade. Warst du's? Ja, klar war ich jetzt was. Ich kann noch nichts machen. Ich schwöre, ich habe schon gesagt, ich könnte weinen. Dreimal hintereinander wird Claudio Impostor und dreimal muss er so eklig spielen, weil wir eine Challenge machen. Es ist fabelhaft. Ist das wirklich? Eine perfektere Challenge wird es niemals bei Among Us geben für Claudio. Es war perfekt. Ich freue mich sehr darüber, was heute hier passiert ist. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren. Ich muss jetzt erstmal weinen vor Freude. Es war toll. Tschüss. Ich liebe es, wie oft ich Impostor mal mithaben bin. Was ist deine Frage? Du musst mir eine Frage stellen. Ja, bist du Crewmate? Ja. Okay. Hey, Mann. Wenn du Impostor bist, Danja, dann darfst du Carnot mich nicht erwischen. Wie soll ich es denn sein? Ja, aber ich bin's halt auch nicht. Das ist jetzt nicht ernst. Ja. Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us mit Danja und Claudio und zu einer neuen Challenge. Wir spielen heute Wahrheit oder Pflicht. Wie läuft das? Ich werde gleich das Glücksrad drehen und da entscheidet sich dann, wer Wahrheit oder Pflicht für die jeweilige Runde spielen muss. Das kann Danja sein, Claudio oder ich. Nur eine Person muss das machen. Die anderen können normal spielen. Die Person entscheidet sich dann für Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit ist im Endeffekt, dass wir drei untereinander, dass die Person die Wahrheit sagen muss. Aber im Chat kann weiterhin kommentieren, wie es will. Wir können damit umgehen, wie wir wollen. Also wenn wir Impostor sind, müssen wir das auch zugeben. Wenn wir Crewmates sind, wir müssen halt die Wahrheit sagen. Pflicht wäre dann einfach die Aufgabe von den anderen beiden. Die können dann eine Pflichtaufgabe für Among Us stellen. Ja, was ist das bitte für eine geile Challenge? Ich scanne sie mir sofort. Junge, wie cool ist denn bitte schön die Challenge? Ja, ist okay. So, ich dreh das Glücksrad und Wahrheit oder Pflicht spielen muss Claudio. Ja, aber was muss ich da machen jetzt? Ja, du musst dich erstmal entscheiden für Wahrheit oder Pflicht. Hm, ah, Wahrheit ist halt immer schwierig, aber weißt du was? Ich nehm Wahrheit, weil ich hoffe, ich bin kein Impostor. Alles klar, dann nimmst du die Wahrheit und das heißt, du musst uns gleich die Wahrheit sagen. Falls du überlebst. Und wir, Danja, dürfen das nutzen oder nicht. Im Chat kannst du weiterhin schreiben, wie du willst. Okay. Danja, verstanden, oder? Bestimmt. Ey, no, also wirklich kann ich, ich meine das ernst. Die Challenge ist richtig cool, also. Ja, wir werden sehen, wir werden es gleich sehen. Weit oder Pflicht in der Monka, ist wie cool. Oh ja, jetzt hör auf. Du machst das bestimmt nur, weil du ein schlechtes. Junge, ich meine das halt wirklich ernst. Du hast, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du mich geprankt hast. Nein, ich hab, Karan. Ich hab den Mega-Neon-Wort-Batinger geschenkt, das ist was cooles. Oh, und Danja, mein Möhorst ist jetzt ausgewachsen viermal und ich hab, ist in Neon. Was ist denn hier alles passiert? Ich war doch nur kurz weg. Ja, du warst für eine Stunde weg. Wir starten. Viel Erfolg. Freunde. Einfach, ich muss, ja, ich bin Crewmate. Ja, darum hab ich spekuliert, weil ich hab halt gehofft, dass ich in der ersten Runde Crewmate bin. Boah, ich liebe es, wie oft ich im Poster-Wort mit haben bin. Ja, sorry, Leute. Der Fluch ist da. Der Fluch. Der Mongas-Fluch lastet leider immer noch schwer auf mir. So, die Leitzbogen ausgemacht. Gehen wir kurz gucken. Hier ist niemand. Du wirst nicht, wie viel. Ach, Mann. Okay. Eminem. So, Claudio, dann lass mal hören. Was willst du denn wissen, Karan und Danja? Ja, was bist du, Crewmate oder Imposter? Was ist deine Frage? Du musst mir eine Frage stellen, Karan. Ja, bist du Crewmate? Ja. Okay. Hey, Mann. Nein, ich halte einen Crewmate. For Security. Ach so, For Security. Danja, wo kommst du her? Ich bin jetzt gerade in Navigation. Ich weiß, aber wo kommst du her? Von unten, von Storage. Genau, wir haben uns ja bei Storage getroffen. Storage, dann kommst und dann nicht über Shields nach oben zu Navigation laufen. Genau, wo kommst du For Storage her? Weil das liegt ja in Security. Aus Elec. Electrical, ne? Karan hast du gehört, ne? Ja, da hat Karan mich auch gesehen. Ich hab Danja gesehen. Ja, also ich hab Danja auf den Camps gesehen, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Also ist das wahrscheinlich schon wieder vorbei. Moment, wenn die Person vor Security liegt und du sagst, du warst bei den Camps, hä? Ja, aber da war ich schon weg. Das war halt das Ding. Wo bist du jetzt, Karan? Ich war Richtung Weapons. Also ich war bei Cafeteria. Nein, ich kann dir das sagen. Ist okay, kann so ruhig schreiben. Ist doch okay. Ich hab's doch geschrieben. Danja, wenn ich erwischt worden bin, dann ist es Karan. Danke. Ja, dann wird er dich jetzt nicht erwischen. Danja, du musst voten. Oh, Entschuldigung. Ja, also sorry, ich weiß nicht, wie oft ich das sagen muss. Aber ich war nicht die Letzte. Ja, ich war nicht die Letzte. Ja, ist wieder noch eine Person. Ja? Das sollen die schon ruhig alle lesen, damit die nicht Karan aus den Augen verlieren. Ja. Aber Karan war wirklich bei Elec. Er hat gerade gesagt, er ist bei Weapons, Danja. Ja, ich war doch vorher bei Elec mit Danja. Ja, aber vorher war er bei Elec. Das ist eine Minute her. Ey, sag mal, viel Spaß, viel Spaß. Schon versucht hier alles. Es ist Karan. Karan. Er ist einfach for real Karan. Er wird sich niemals so aufregen. Er ist einfach for real Karan. Wie lustig. Ach, ich habe vergessen. Ich darf ja in den Runden nicht so viel reden, weil ich rede ja zu viel laut Karan. So, ich mache mal den Upload. Also Tealcar, wenn du mich jetzt erwischt, dann bin ich entzeuscht, weil ich vertraue dir jetzt mal. So, wie immer die Puls-Electrical sind zwei, kommen wir mit. Da wendet jemand. Da wendet jemand. Ich kriege die Person raus. Warte, ich kriege die Person raus. Wer ist da gewendet? Wer sperrt mich denn hier die ganze Zeit ein? Was soll denn das? Es ist halt einfach Karan, ne? Nicht zu fassen. Das war knapp. Nicht zu fassen. Oder war das Karan? Bad Karan habe ich lange nicht mehr gesehen. Das war sehr, sehr knapp. Aber ich habe sie erwischt. Das freut mich. Ich glaube, es ist Karan. Freunde, lass mich mal kurz gucken. Mad Bay. Mad Bay. Mad Bay. Ich frisch. Mad Bay wollte gerade reporten. Boah, das ist gerade sehr, sehr verwirrend. Okay, du wirst gesaved auf jeden Fall schon mal. Aber gut, du musst ja auch die Wahrheit sagen. Ja. Wo bist du, Karan? Ich bin jetzt for security. Security. Ja, wo die, äh, du weißt ja, wo da auch Touralarm anging, oder? Ja, das war schon ein bisschen länger her. Ist ein bisschen länger her. Weißt du da, wo du warst? Da war ich bei Security noch die ganze Zeit. Also, Security Reaktor. Also, ich war bei Reaktor, hab die, wie heißt die, Simon Sass oder so, die in der Mitte. Und dann bin ich zu Security und später bin ich Richtung Navigation und so gegangen. Weil ich war ja auch Security, deswegen frage ich, weil ich habe gesehen, jemand ist die ganze Zeit hin und her gewinnt von Mad Bin Security und Electrical. Das weiß ich nicht. Ich bin halt, nach Reaktor bin ich, äh, Richtung Navigation. Und dann war ich auf der rechten Seite, hab meine Shields, Navigation und noch eine Aufgabe hatte ich gemacht, aber ich glaube, O2, O2 mit den Blättern. Weil, ich glaube, das stimmt sogar, dass Lenya und McPhee, aber ich glaube, es könnte auch tatsächlich ein Self-Report sein, bin ich ganz ehrlich. Weil ich war in Admin-Puls und da ging so eine schnelle Animation so, aber das kann auch, ah, das ist richtig schwierig. Warst du denn bei Admin? Ja, ich war in Admin-Puls. Schwierig. Es sind halt wirklich zwei Leute von Weapons nach, äh, Mad Bay gelaufen. Ja, aber das passt ja, wenn, wenn, dann, also dann scheint es einer von denen auf jeden Fall zu sein. Ja, ich glaube halt McPhee, also, äh, hier, äh, gelb. Weil, da war eine Animation, so eine Animation, die eigentlich passiert, wenn jemand erwischt worden ist, aber, ja. Gut, ich hab sie jetzt gewoltet, aber... Gut, ich hab jetzt geskippt erstmal. Gut, aber hier, äh, die andere hat jetzt auch zwei Votes bekommen. Du weißt ja, dass ich safe bin, weil ich muss ja die Weits haben. Ja, du bist safe, ja, du bist safe. Hm, ja. Ja, ich bleib mal bei T-Cup, ganz ehrlich, T-Cup scheint gut zu sein. Komm mal mit T-Cup. Also nicht gut zu sein, sondern, äh, ja doch, gut ist sie auch, er oder sie. Aber, mit, äh, ich meine, mit das safe. Weil Lenya und Karnhoff zusammen wurden, ja, das sind die beiden. Was? Oh, jetzt werden die Tars gemacht, oder was? Das gut tut es. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt macht keiner die Tars, und jetzt macht jeder die Tars, oder was? Karnhoff, du bist auch gewandet, ne? Das ist echt toll. Ja, ich bin die ganze Zeit gewandet. Ja, ich weiß. Ich hab's in meinen Runden gesagt. Ich hab's in meinen Runden gesagt, aber ich wollte dich halt jetzt nicht zu sehr auf die Schippe bringen. Oder die Pfanne bringen. Ja, gut, aber du hattest, diesmal hattest du auch vielleicht nicht so viel Beweise. Ja, doch, schon, aber passt. Ja, gut, aber dann wärst du auch der Einzige gerade gewesen. Ja, nee, ich hab bei Edmund kurz halt geguckt, äh, da hat jemand gewandet. Der Einzige, der mich sozusagen gesasst hätte. Achso, ja, ja, klar, klar, das sowieso. Ja. Ja, ich hab grad noch ein Kill gemacht, aber, ja, ich hab überhaupt nicht auf die Tars geachtet. Ach, Daniel, lagst du lange in Mad Bay, oder wie war das? Ich lag schon recht lange in Mad Bay. Ja, ja, ich hab, äh, ich hab, äh, Mad Bay abgeschlossen, und ich hab auch Cafeteria und, äh, Upper Engine abgeschlossen. Ja, genau, genau, genau. Und da konnte keiner hin. Mein Verdacht war doch richtig, dass, äh, du ist was. Ja, aber war ne gute Runde eigentlich, ne, aber jetzt, wenn die, äh, Tars gemacht hat. Ja, eigentlich schon, eigentlich waren wir gut dabei, aber ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass, äh... Wer war denn die andere Person, war das Dunkelrot, nein, oder? Ja, doch, Dunkelrot. Doch, guck, ich wusste, äh, ich hab sogar in den Runden gesagt, bist du Kahn und Dunkelrot. Okay, ich drehe das Glücksrad. Ja, mach das. Und Wahrheit oder Pflicht spielen muss in dieser Runde Danja. Ja, super. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay, Claudio, du darfst gerne entscheiden, was ihre Pflichtaufgabe wird. Ja, lass mich kurz überlegen. Pflicht für Danja. Also bitte einmal, genau, äh, bei Pflicht ist es aber so, einmal bitte für eine Crewmate-Pflicht und eine Imposter-Pflicht. Genau, wenn du Imposter bist, Danja, dann darfst du Kahn und mich nicht erwischen. Ist das okay? Als Aufgabe Kahn, oder? Ja, bis es nicht mehr geht. Okay. Und als Crewmate würde ich sagen... Boah, was kann ich das sagen? Dann darfst du nicht länger als 20 Sekunden bei einer Person bleiben. Keine Ahnung. Was denn? Nein, deine Crewmate-Pflicht ist, ähm, du darfst möglichst nicht zu zweit rumlaufen oder in einer Gruppe. Also du musst dich möglichst immer lösen. Genau, das, das meine ich halt, das meine ich halt. Wenn's geht. Also klar, wenn jemand hinterherläuft, Danja, dann kannst du halt nichts machen, dann machst du halt deine Aufgaben einfach. Genau, aber du darfst jetzt, äh, dich nicht zu einer Gruppe oder so. So, ey, ich muss sagen, die Challenge von Kahn ist eine 10 von 10. Also, Crewmate, ich dachte, jetzt bin ich im Poster, das wär cool. Aber Danja darf uns ja nicht erwischen, ne? Also, ja, ich hab, auf die Tasks hab ich gar nicht geachtet. Mhh, schmeckt! So, ich geh mal kurz zur Navigation. Gut, 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 gut. Let's mich mal kurz gucken, Shields, wart mal, Slytherin ist da. Okay, jetzt kommen mir halt verdächtig Leute hinterher. Jetzt kommen mir sehr, sehr verdächtig Leute hinterher. Pink läuft mir die ganze Zeit verdächtig hinterher und macht keine einzige Aufgabe. oh perfekt das war ein perfekter kill weil genau da wahrscheinlich liegen die auf der rechten seite oder ja bei weapons beide nur eine person war da gerade kann und claudio sind safe das ist ein guter call von pink also wenn du es gefakt hast ist das ein guter fake claudio bei simon says aber ja du bist für diese kann soll ich ja sagen ich glaube zania ist kannst was was war denn ihre crew ihre imposter aufgabe nicht nur nicht nur deswegen weil kann es befinden sich halt keine der beiden personen auf der linken seite weil ich habe links alles abgesucht da ist nichts und dann habe ich jetzt seit drei sekunden nicht gesehen bei mir war nur die ganze zeit sophie aber so viel also da muss ich jetzt sagen dass also da würde ich jetzt nicht für sagen okay das spricht dafür dass sie imposterin ist oder so ja doch 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 also ich das das verstehe ich jetzt gerade nicht doch 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 dann ja schon das kann doch sein ja sie ist das aber ich verstehe gerade nicht was das also was für ein sinn das ist nur weil sie auf der rechten seite war und nicht links ja es wurden zwei personen erwischt und wir haben doch links alles abgesucht da ist nichts das heißt es muss irgendwo rechts sein ja weil die können ja auch in der mitte irgendwo gewesen sein mir war nur eine person und das war so viel ich wollte gerade sagen woher weißt du dann dass die zweite person auch rechts ist weil ich doch gerade erklärt habe dass links alles abgesucht habe da ist nichts ja aber du weißt doch auch überhaupt nicht wie lange da schon jemand liegt richtig deswegen ist ein self report alte wahrscheinliche möglichkeit also ja ich sag wie es ist du hast dich jetzt nicht sympathisch mit dieser ansprache aber allerdings aussagen doch doch ist schon richtig also ihr könnt auch beide sein aber dann ja ist schon sehr sehr verdächtig dann ja wird es auch sein die freunde also ich bin mir sicher dass dann ja jetzt schon mal ist also dann ja ist es safe und mal schauen wer da andere ist das ist lustig wenn es kann wäre aber dann ja ist es schon safe also dann ja ist es wirklich muss ja die ganze zeit in london sein alone and lonely ich möchte mal kurz gucken ob da jemand ist grün dann ja das ist zu zweimal hintereinander ich habe jemanden gefunden habe ja gut okay du wirst ja gesaved alles gut aber wir leben noch hey dann ja schreibt medbay war kapitalia okay hey der mrs malfoy hast du gesehen woher weißt du dass mrs malfoy in camps ist weil ich gerade vorbeigelaufen bin ach so dann muss jemand von elec rein gewähnt hat sein also ich habe claudio grad zwischendurch gesehen wo war das unten bei shields ja wie jetzt dann ja ich bin von navigation kommen dann ja ich bin oben von oben rechts kommen ich kann es nicht sein ich weiß nicht wo du ja gekommen bist du bist halt von links gekommen kann der von storage wahrscheinlich ja richtig gemacht hat dann shields gemacht und bin dann nach oben ja es tut mir leid dann ja aber du bist sehr sehr sass ja aber vielleicht solltest du mal deinen horizont erweitern und irgendwer anders denken weil ansonsten schießt du dich vollkommen sinnlos auf mich ein doch doch ich bin schon auf der richtigen spur bei dir bist du leider nicht doch ich glaube schon ja also vor fanschreiben dass ich sass bin ist natürlich immer schön ja ja warum werde ich denn gewozelt hält das weiß ich jetzt auch nicht so maximal unsympathisch ist ja gut ich habe jetzt auch nicht mit claudio gerechnet und das ist dann ja lass mal gucken finja und kann ich habe doch kann gesagt nein da habe ich jetzt wirklich nicht gut gespielt muss man ehrlich sein aber gut das war zu auffällig mit dann ja muss ich ehrlich sagen so wie doch mal findet der und findet jemanden erwischt alles da muss doch gesehen haben lol bitte bist du hast es gesehen alissa ja sehr gut ich habe auch so eine gemeine aufgabe so bei niemandem zu sein das ist halt auch echt schwer also gerade waren noch alle dabei alec sehr gut schreib 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 alissa sagt es sagt den namen sagt den namen in camps gesehen aber wo wahrscheinlich in camps ja sie schreibt gesehen war da nein ich war gerade ich bin bei alec an allen vorbeigelaufen schreib den namen alissa richtung storage und da waren alle da und auch noch türkis also kann ich das nicht gewesen sein naja außer du bist da oben lang gelaufen und hast es kurz erledigt und bist dann runter zu alec ja aber da war ja türkis noch da alles ja du musst doch gesehen haben wer es war das ist doch an den camps vorbeigelaufen das kann doch gar nicht sein ich habe türkis gesehen also alle gesehen und bin nach rechts gelaufen sonst würde das hier auch jemand schreiben weil die haben mich ja alle gesehen außer du dann ja schreib doch den namen rein ich habe dich reingelaufen sehen bei alec ich bin da gerade raus gelaufen und ich bin dann aber nach rechts also ich war auf der ganz anderen ja ja aber ist komisch weil keiner schreibt das ja keiner schreibt das und du und claudio war ja gerade auch nicht im poster ja dass mich keiner salen kann ist klar weil ich die ganze zeit weg renne vor allen leuten ja okay gut gut ja ist okay ist okay du bist es ja ich wusste es ja claudio es tut mir leid es tut mir leid du bist es du bist es wie soll ich es denn sein erklär es mir ja aber ich bin es halt auch nicht ja aber du kannst doch nicht random sagen ich bin es erklär es mir dann sage ich okay bei dir ist es halt klar weil wir beide sind noch ja weil du von da oben gekommen bist und du hättest theoretisch jemanden erwischen können dort ja aber es war doch es sind doch alle bei mir gewesen ja vielleicht ist ein self-report von alisa dann muss ja fast ja ist klar wir können sich in stunden ist vorbei let's go so ganz ehrlich ganz ehrlich claudio sorry ich sage dir noch erweitere mal deinen horizont und denk nicht nur über mich nach ja man muss sagen kann hat das schon sehr ich weiß nicht ob es extra mal etwas schon sehr sehr clever gemacht weißt du ich habe die also ich habe diesmal ein bisschen das door game gemacht also ich habe die türen vorher gesperrt und den raum gesaved und dann bin ich zwischendurch halt woanders hingelaufen und dann der und der erste kill war sehr glücklich weil als die weapons report das habe ich in dem moment gerade den kill bei shields gemacht okay guck mal ja aber guck es war ja dann beide waren auf der rechten seite und guck mal ja es hat perfekt gepasst weißt du dann jetzt aufgabe hat perfekt dazu gepasst und dann macht dann ja in der zweiten runde wieder ein report das war ja ärgerlich ja es war halt ein bisschen sass ich drehe ich drehe gerade ein letztes mal jetzt noch das glücksrad wahrheit oder pflicht spielen muss noch mal dann ja natürlich okay diesmal mache ich die pflicht aufgabe für dann ja vielleicht will ich aber wahrheit entschuldigung entschuldigung ja wirst du wahrheit oder pflicht entschuldigung du hast recht ja ich will wahrheit gut alles klar da musst du gleich ehrlich sein wo wir das denn die case auch da sehr gut dann jetzt tut mir wirklich leid mir aber hat er noch perfekt gepasst ja ja das tut mir wirklich voll leid mir aber dann report ist in der zweiten runde sein kann und ich werde nicht erwischt wie auffällig ist das was soll ich denn sonst machen soll ich einfach nicht reporten also so dann bin ich ja genauso sass wenn ich einfach an der leichten vorbei hüpfe weißt du was ich mein ja deutschland recht deutschland recht was hast du überhaupt noch mal genau ich habe vergessen sorry pflicht oder weit wahrheit war ich glaube du ehrlich was ist heute ja sorry machst du das extra ja manchmal hat man solche momente viel erfolg okay wahrheit für dann ja also ich bin crewmate gut das sagen jetzt Haiti das kann doch jetzt einfach nicht sein das ist jetzt einfach das kann einfach nicht möglich sein das ist zeit flexbild gab es kann ich dann ach ich muss kann erwischen ich muss kann erwischen ich muss kann erwischen alter das ist jetzt auch einfach alles nicht verdammt nochmal war. Das ist alles einfach nicht wahr. Oh, DK, das tut mir leid. Erste Runde und direkt auch, Mann. Ey, das tut mir richtig leid. Okay, also ich hab auch den Cafeteria. Du kamst doch grad aus Cafeteria. Ich wollt grad sagen, du kamst aus Mad Bay. Sorry, du kamst aus Mad Bay. Okay. Ja, da kann ich auch grau saven. Slytherin war rechts auf den Camps, hab ich gesehen. Also kann es sein, dass ... Warte, wer war Camps? Warst du Camps? Ja, ich war Camps, ja. Ja, okay, dann bist du da raus. Slytherin war auf jeden Fall auf der rechten Seite gerade. Ich bin der Leck. Ich? Ich? Aber kann ich eigentlich nicht ... Nein! Hä, nee. Bist du am Camps, dann musst du das noch sehen. Danja, du spielst ja Wahrheit. Bist du Imposter? Stimmt! Ja, ich bin Imposter. Let's go! Komm, dürfen wir reinschreiben? Dürfen wir, aber lass uns erst mal noch den zweiten Imposter finden. Okay. Willst du die Frage, warst du dieser Kill gerade, Danja? Nein. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ähm ... Okay, grün kann es dann eigentlich ... Obwohl grau ... Slytherin weiß nicht, ob es Slytherin ist. Okay, lass skippen. Lass skippen. Wir haben ja jetzt ... Was? Aber, Danja, ist das ... Die wird doch einen von uns beiden erwischen. Warum ... Hey, warum skippen wir? Warum ... Warte, wir nehmen sich auf den Arm gerade, warte. Ey, Gott, Claudio! Claudio, jetzt komm noch mit, Mann! Claudio, warum bist du nicht da? Haha, Claudio, warum bist du nicht da? Haha, Danja hat mich gesucht! Boah, sehr stark, wo hast du dich versteckt? Haha, oh Mann ... Es tut mir leid für dich, Danja. Gar nicht groß viel reden, einfach voten. Böse Echse, du willst jetzt ... Du willst jetzt auf den Videos sehen, dass ich es nicht immer bin, wenn du mit mir spielst. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ja, böse Echse, manchmal ergibt ... Danja? Dürfen wir dir noch Fragen stellen? Äh, nein, wenn sie raus ist, ist sie raus. Ah, okay, schade. Ich bin ja aber noch nicht raus. Ja, äh, ist böse Echse auch, äh, Imposter? Nein. Okay. Äh, Slytherin? Nein. Ja, aber okay, das ist doch jetzt unfair, Kahn. Das ist jetzt unfair, wenn du jetzt jeden so durchgehst. Dann können wir ja ... Okay. Gut. Dann ja schon mal raus, das ist gut. Das heißt, Claudio ... Du hast zwei Votes, Kahn. Ich hab einen. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht auch, äh, Imposter bist. Nein, warum ... Ja, wenn ich Imposter bin, werde ich dann ja nicht rausvoten. Doch. Boah, ich glaub, Claudio ist es sogar. So. Ich glaube, Claudio ist es sogar. Und er will mich jetzt bestimmt ... Weil sonst wär er da geblieben ... Boah, Claudio ist es. Ich schwöre, Claudio ist es. La Pet yeah. Ist es Slytherin vielleicht? So. Okay, wo? Okay. Kann natürlich, Claudio, du bist auf jeden Fall schon mal Sass. Kahn, mit wem bist du gerade in Admin reingekommen? Mit zwei Leuten. Weißt du wer? Du bist auch stumm, Kahn. Sorry, Eminem und Slytherin sind safe. Du bist Sass. Ich? Warum? Ja, weil du bist ja von da gekommen. Also du bist von unten gekommen, von Storage Richtung Admin. Hä, nein, ich bin in Admin reingekommen. Ja, aber nicht von Storage. Ich bin Richtung Shields gekommen. Mit Böse Hächste kann das bestätigen eigentlich. Aber sie sagt hier, du bist es. Ja, das ist okay, aber... Also ich könnte mich gerne rauswoten, aber dann musst du halt schauen, wer es wirklich ist kann. Ja, okay, dann woten wir dich erstmal raus. Ja, also könnte ich gerne machen, aber dann müsst ihr halt herausfinden, wer die andere Person ist. Ich kann von richtig in Skritte, nee. Dann wurde danach lieber die Böse Hächste, würde ich dir empfehlen. Ja, ich bin mir aber auch bei dir nicht ganz sicher. Aber Slytherin und Eminem müssen safe sein. Oh, das war knapp. Das war knapp, Claudio. Ich glaube... Ich glaube, Claudio ist es, aber... Wieso werde ich denn in jeder Runde gesasst? Ich verstehe es nicht, ne, Leute? Also ich glaube, Claudio ist es. Wirklich, ich werde jede Runde gesasst. Das auch mit den Lichtern die ganze Zeit. Könnte auch dann ja sein, aber... Ja, was ist? Ja. Weshalb? Ich bin auch jetzt bei Lights. Also ich finde es okay, dass man mich beschuldigt, aber... Weil es ist halt wirklich so. Ich bin wirklich sass, ja. Aber weshalb? Es könnte halt so gut passen, dass ihr beiden jetzt Impostor seid. Nein, Daniel ist doch schon raus, Kahn. Ja, das heißt ja trotzdem, das kann ja trotzdem sein, dass du Impostor bist. Ach so, ich dachte, du meinst mich um Böse Hächse. Hä? Ne, also ich weiß nicht. Also jetzt macht Böse Hächse sich sehr, sehr verdächtig. Ich hab... Das ist komisch. Ja, Claudio, ich glaube, du bist raus. Ja, alles gut. Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ihr beide seid Impostor. Ja. Mann, ey. Wie blöd ist das denn, bitte? Ey, diese Challenges heute... Junge, wie kann das denn sein? Es ist... Es ist... Und ich könnte schon wieder heulen. Ich könnte schon wieder heulen. Ja, war schon gut gespielt vom Böse Hächse, muss man sagen. Hat sie mich leider echt erwischt. Es ist echt gut. Hast du DK erwischt? Ja, ich hab DK erwischt. Ja, Daniel, es tut mir natürlich leid für dich. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob ich eine Person überhaupt erwischt hab. Nee, ich hab nicht. Es ist brutal. Nee, ich war, glaube ich, nichts. Ich wurde einfach direkt rausgekickt, ohne irgendwas gemacht zu haben. Es ist wirklich... Ja gut, ich hab halt ein bisschen random... Also, ich hab halt gesagt, du warst in der Cafeteria, aber... Warst du halt nicht. Aber es ist die zweite Challenge diese Woche, die einfach unfassbar gut gelaufen ist. Weil sie einfach perfekt war. Sie hat perfekt gepasst. Das stimmt. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgespielt habt. Und ich bedanke mich natürlich bei Danja und Claudio, dass ihr diese Challenge so wunderbar gemacht habt. Danke. Ja, gerne. Danke. Tschöö.